Hallo Leute, 16 Uhr ist es und wir senden wieder live aus Speiches. Heute wollen wir uns wieder der Politik widmen und freuen uns, dass hier einige Leute gekommen sind, die Fragen stellen möchten. Ich stelle euch erstmal unseren Gast vor, Dr. Alexander King, Mitglied des Abgeordnetenhauses und Unterstützung des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Da haben wir heute einige Fragen, weil es soll ja eine neue Partei geben, aber das werden wir alles im Laufe der Sendung besprechen. Hallo Alexander. Ja, hallo Juliane, vielen Dank für die Einladung. Gerne geschehen und wir haben wie üblich an der Technik Klaus von Rockradio und an der Kamera Klaus von Kiekema Film Berlin und ihr könnt den Film ab Dienstag wieder schauen. Gut, ja ich habe einige Fragen zu dem neuen Bündnis, soviel ich weiß, soll da ja eine Partei draus werden, das ist so oder ist das noch ein Gerücht? Na ja, es ist ja erstmal ein Verein gegründet worden, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ein Verein und der Verein hat als Vereinszweck eine Parteigründung in die Wege zu leiten, das ist richtig. Und wenn das gelingt, dann wird es im neuen Jahr irgendwann also auch eine neue Partei geben, genau. Okay, und da ist natürlich die erste Frage, warum bleibt Sarah Wagenknecht nicht in der Linken und versucht mit ihren Anhängern in der Linken, weil die hat sie ja dort, die Politik durchzusetzen, die sie für richtig hält innerhalb der Linken. Ja, also ich kann ja jetzt nur über meine Motive sprechen, warum Sarah Wagenknecht diesen Schritt gegangen ist, das kannst du ja am besten selber beantworten, aber wahrscheinlich haben wir da eine ähnliche Perspektive. Ich fange mal so an, ich glaube einfach, oder die Entwicklung der Wahlergebnisse hat ja auch ein bisschen gezeigt, dass die Linke allein nicht mehr in der Lage ist, das aus meiner Sicht eigentlich recht große linke Wählerpotenzial auch wirklich abzudecken. Also wirklich alle Leute auch anzusprechen, die für eine wirtschaftlich vernünftige, sozial gerechte und vor allem auch friedliche Politik ansprechbar wären, also diese Leute auch wirklich zu erreichen. Und ich glaube jetzt, ja, dass es da eben auch eine neue Kraft braucht. Ergänzend zur Linken sehe ich das eher, um eben dieses Spektrum in seiner ganzen Breite auch wieder stärker zu erfassen. Und ich würde sagen, da gibt es so ein paar auch Bruchpunkte, also wo man ein bisschen gesehen hat, ja, wie auch das linke Spektrum auch auseinandergetriftet ist und wie vielleicht bestimmte Akteure sich da ja dann auf einzelne Aspekte konzentrieren, aber nicht mehr das ganze Bild abdecken. Ich würde mal sagen, mir hat so eine Überlegung eingesetzt, zum ersten Mal nach dem letzten Bundesparteitag der Linken, da hatten wir eine Situation, das fand ich ziemlich typisch, das war, da gab es die Energiepreiskrise, die Leute außerhalb des Parteitags waren in heller Aufregung, weil sie eben gesehen haben, die Energiepreise, auch alle anderen Lebenshaltungskosten steigen. Wirtschaftskrise hat sich angebahnt, sie ist ja jetzt auch da. Und auf dem Parteitag selbst war davon aber gar keine Rede. Also das war gar kein Thema, sondern stattdessen hat man sich eben stundenlang, fast tagelang mit MeToo und Achtsamkeit und Ähnlichem beschäftigt, was sich ja auch alles wichtig ist und seine Berechtigung hat. Aber fand ich, was doch sehr stark an dem vorbeiging, was ich eben in Erfurt, da hat es ja stattgefunden, in der Bevölkerung so als Probleme wahrgenommen habe. Und ich denke, ein zweiter Bruchpunkt, der dann vielleicht auch noch stärker war, war der Umgang der Linken mit dem Aufstand für Frieden. Wir haben hier ja auch schon mal darüber gesprochen. Da hat ja Sarah Wagenknecht und zusammen mit Alice Schwarzer also ein Manifest für Frieden auf die Beine gestellt. Das haben mittlerweile 900.000 Leute unterschrieben. Und es gab eine große Friedenskundgebung am Brandenburger Tor mit 50.000 Teilnehmern. Ich selbst war damals einer der Organisatoren und habe mich sehr gewundert und auch sehr geärgert, muss ich sagen, darüber, dass also die Führung der Linken also nicht nur nicht aufgerufen hat und mobilisiert hat zu dieser Kundgebung, das wäre ja schon schlimm genug gewesen, sondern sich auch leider an der medialen Hetze, muss man fast sagen, gegen diese Kundgebung beteiligt hat. Das hat sicher viele Linke und vermutlich auch Sarah Wagenknecht als Initiatorin dieser Kundgebung doch schockiert. Und das war sicher so ein zweiter Punkt, wo man irgendwie gesehen hat, es passt vielleicht nicht mehr so wirklich gut zusammen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich der, dass wir sehen, wir haben eine politische Rechtsentwicklung in Deutschland, die ist ja also politisch, parteipolitische Rechtsentwicklung, die sich in Wahlen ausdrückt. Wir haben den Aufstieg der AfD, der wirklich besorgniserregend ist und der uns alle eigentlich noch viel mehr besorgen sollte, als ich das eigentlich insgesamt in der Politik wahrnehme. Und gleichzeitig auch andere Rechtekräfte wie die Freien Wähler, auch jetzt natürlich eine starke CDU, dagegen ist ja jetzt auch noch nichts zu sagen. Aber insgesamt ist ja interessant, dass wir also eine Rechtsverschiebung haben im Parteienspektrum, obwohl ich nicht wahrnehme, dass es auch in der Bevölkerung eine Rechtsverschiebung gibt, sondern in der Bevölkerung sind ja eigentlich fortschrittliche Positionen, zum Beispiel Friedenspositionen oder Positionen im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit und auch Toleranz gegenüber Minderheiten und so eher auf dem Vormarsch. Also gibt es eine im Grunde schizophrene Situation und in dieser Situation kann ich mir jetzt gar keinen anderen Weg vorstellen, wie man eben diesen Rechtstrend stoppen kann, als mit einer neuen politischen Kraft, die sich eben noch zusätzlich zur Linken und zur SPD, die ja die Leute auch nicht mehr erreicht, neu aufstellt. Okay, also zur AfD kommen wir noch, ob das irgendwie, ob ihr die AfD halbieren könnt, das war jetzt irgendwie, das war jetzt noch eine Frage von mir, die ich noch hatte, aber da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Okay, gut, also das heißt, so wie du das jetzt erklärt hast, kann man davon ausgehen, dass diese neue linke Partei nötig ist? Davon gehe ich aus und wenn man jetzt die ersten Umfragen, also das sind ja noch Simulationen, hernimmt, also wo dann die Sonntagsfrage gestellt wird und dann eben so getan wird, als wäre das Bündnis Sarah-Wagenknecht schon wählbar, dann sieht man ja, dass sich eigentlich das Parteienspektrum jetzt wirklich etwas nach links verlagert, denn die AfD wird schwächer, auch die CDU wird etwas schwächer, die Linke wird eigentlich kaum schwächer dadurch, aber es entsteht eine neue politische Kraft im linken Spektrum oder Mitte-Links-Spektrum und dadurch verschieben sich die Verhältnisse, finde ich, zugunsten eigentlich einer eher linken oder Mitte-Links-Politik. Okay, möchte jemand von euch oder von Ihnen hier dazu noch eine Frage stellen? Also, nur zu. Nur zu. Ich komme gerne mit dem Mikro. Also, ich bin ja jetzt viel zu früh dran, ich hätte ja gerne noch ein bisschen gewartet, um mir das alles anzuhören, aber ich habe drei Sachen im Hinterkopf. Die erste ist, Herr Dr. King, Sie sind ja auch bekannt als Enteignungsbefürworter, als jemand, der diese deutsche Wohnung enteignet, da maßgeblich mit unterstützt und auch im Abgeordnetenhaus dafür eintritt und die anschließend daraus resultierende Frage wird natürlich sein, ob man da bei Sarah Wagenknecht, beim Bündnis Sarah Wagenknecht etwas realitätsnah werden kann oder ob man da weiterhin so fantastische Utopien vor sich her schiebt. Ich würde Sie aber, bis ich zu dieser Frage komme, gerne mal auf eine kleine Reise führen wollen. Und zwar ganz kurz, Sie sind ja studierter Geologe und im Abgeordnetenhaus bekannt als Stadtplaner, als Raumexperte. Das macht Sie insofern sehr sympathisch, weil Sie für linke Politiker atypisch die Grundrechenarten beherrschen werden und wissen werden, so mit der Dividiertrechnung, was Sie ja abhebt von den dort üblich überproportional stark vertretenen Soziologen und Politologen. Und die Reise geht ganz einfach. Wenn ich zur Zeit in Berlin Baukosten habe von 3.000 Euro, und das ist unterer Standard, das ist bei Gott nicht irgendwas mit Luxus, und wenn ich pro Quadratmeter 1.000 Euro Grundstück brauche, was absolute Unterkante ist, wenn ich eine geschossfähige Zahl von 4 oder 6 oder so brauche, um da nach oben mich vorarbeiten zu können, bin ich bei 4.000 Euro, um einen Quadratmeter Wohnraum zu schaffen. 4.000 Euro, das sind jetzt erstmal so Gestehungskosten, und die lege ich jetzt auf 50 Jahre um, der übliche Abschreibersatz auf Immobilien, 2%. In 50 Jahren muss ich das amortisieren. Danach habe ich das Ganze auf 50 Jahre heruntergerechnet, 4.000 macht pro Jahr, 4.000 Euro dividiert durch 50, das sind dann 80 Euro pro Jahr. 80 Euro pro Jahr. Gestehungskosten pro Quadratmeter Wohnraum. Einfach gut, damit er da ist. Und jetzt muss ich das Ganze noch finanzieren. Wenn ich das Ganze finanzieren will, brauche ich einen Zinssatz von 4.000 Euro, die ich finanzieren muss, 4% davon, also 1% von 4.000 Euro, das ist 40 mal 4 macht 160. 160 plus 80 macht 240 Euro, die ich brauche, um den Quadratmeter Wohnraum entstehen zu lassen. Und diese 240 Euro, die ich habe, wenn ich investiere oder wenn ich baue, muss ich auf 12 Monate umlegen und über Miete wieder reinkriegen. 240 dividiert durch 12 macht dann 20 Euro pro Monat. Würden Sie der Aussage zustimmen, dass es mathematisch, physikalisch nicht möglich ist, Neubauprojekte in Berlin anzustoßen, ohne Vermietungspreise 20 Euro pro Monat? Durch Enteignung entsteht kein neuer Quadratmeter. Irgendwoher müssen die Quadratmeter kommen. Die fallen nicht vom Himmel. Wie stellen Sie sich die Quadratmeterproduktion vor, für Menschen, die herkommen, die hier wohnen wollen, für Familien, die sich vergrößern, ohne dass man anderen was wegnimmt, die etwas haben, also letztendlich nur Umverteilung ohne Neubauproduktion. Und ich würde mal gerne hören, geht es unter Sarah Wagenknecht so weiter oder ist da ein Realitätsbezug zu erwarten? Dankeschön. Ja, Sie werden sich vielleicht wundern, aber ich gebe Ihnen zum Teil recht. Eine Sache muss ich korrigieren, ich bin nicht Geologe, sondern Geograf. Und wenn ich Geologe wäre, hätte ich mit Raumplanung und Stadtentwicklung gar nichts weiter zu tun gehabt im Studium. Geologie war nur mein Nebenfach. Ich bin eigentlich Geograf. Aber was ich auch bin, ich komme aus einer Familie, die also sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits in der Bauwirtschaft tätig ist, selbstständig in der Bauwirtschaft tätig ist und deswegen gar nicht sehr vieles von dem, was Sie sagen, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich, also um jetzt auf das deutsche Wohn- und Co. enteignen kurz einzugehen, das ist jetzt keine wahnsinnig radikale Position, die wir da eingenommen haben, also meine frühere Partei, die Linke, sondern das ist ja eine Position, die eine große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner geteilt hat. Das wollen wir mal nicht vergessen. Das war ja ein Volksentscheid und der ist sehr eindeutig ausgegangen zugunsten dieser Frage, Enteignung eben der großen Wohnungsbestände über 30.000 Wohnungen. Und dahinter steht natürlich die Überlegung, dass gerade bei Vonovia, Deutsche Wohnungswohnung, ein großer Teil der Mieten ja auch quasi in die Ausschüttungen der Anteilseigner geht. Und das hat man, dieses Problem zumindest hat man nicht, wenn man kommunalen Wohnungsbau hat. Dann ist garantiert, dass Gewinne eben nicht jetzt ausgeschüttet werden, sondern auch reinvestiert werden. Aber natürlich haben Sie recht, in Deutschland Wohnungen zu bauen ist im Moment so gut wie unmöglich. Das weiß ich selber aus, wie gesagt, aus familiärer Erfahrung, leidvoller familiärer Erfahrung. Wir haben 700.000 Wohnungen, glaube ich, in Deutschland, die fehlen, aber es können keine Wohnungen mehr gebaut werden. Also die Bauunternehmer, Architekten, die ich kenne, die sagen, sie haben gar keine Aufträge mehr, weil niemand mehr bezahlen kann die Energiekosten, die beim Bau entstehen, die Baustoffkosten, die entstehen. Wir haben die Energiesanktionen, die da total reingehauen haben. Wir haben Sanktionen gegen Holz zum Beispiel. Also alle Baustoffe, alles, was man braucht, um zu bauen. Und da rede ich noch gar nicht über den Fachkräftemangel, der kommt auch noch dazu. Da gibt es sehr viele Stellschrauben und ich glaube jetzt die Enteignung von Deutsche Wohnen und Bonovia und anderen in Berlin, da gebe ich Ihnen recht, das alleine wird jetzt nicht ausreichen, um ausreichend Wohnungen zu bauen. Überhaupt nicht. Dazu müssen vor allem die allererster Linie die Energiepreise wieder runter und damit ja dann auch alle Folgekosten. Und deswegen ist es eine wirtschaftspolitische Frage und nicht unbedingt eine Frage von Enteignung. Insofern würde ich Ihnen teilweise recht geben, aber ich bin natürlich dafür, dass der Wille der Berlinerinnen und Berliner umgesetzt wird. Darf ich mal ganz kurz da nochmal was hinterher bringen? Und deswegen, was du gerade gesagt hast, wird aber so nicht an die Bevölkerung kommuniziert. Also ich höre, wenn Politikerinnen und Politiker befragt werden, dann sagen die, wir müssen weiterbauen, wir werden weiterbauen. Also Sie wissen es ja wahrscheinlich, aber Sie geben es nicht, ich spreche jetzt nicht von der Linkspartei, Sie geben es nicht an die Bevölkerung weiter. Die wird irgendwie hinter die Fichte geführt, oder? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich würde jetzt da niemanden falsche Versprechungen machen wollen. Ich ärgere mich ehrlich gesagt, auch wenn Politiker, auch wenn es linke Politiker sind, immer große Programme darstellen. Zwei Millionen Wohnungen, am besten zwei Millionen Sozialwohnungen innerhalb von so und so vielen Jahren und so. Im Moment sehe ich das auch nicht, dass das unter den gegebenen Bedingungen möglich ist. Sag ich ganz ehrlich. Es wird versprochen. Ja, es wird viel versprochen, wenn der Tag lang ist. Das muss man auch sagen. Okay, also das heißt, weil wir haben ja im Moment, also es ist ja nicht so, dass die Leute aus Spaß gern umziehen würden und es dann eben mal eine Zeit lang nicht können. Wir haben ja im Moment nicht nur Geflüchtete, die keine Wohnung haben, sondern auch Leute, die hier seit, ich weiß nicht wann, leben und auch keine Wohnung mehr haben. Also das heißt, das Problem, das müssen wir irgendwie, da müssen wir jetzt noch mit fertig werden. Habe ich dich richtig verstanden? Naja, das ist ein objektives und sehr großes Problem, weil natürlich, das hast du ja jetzt auch angesprochen, durch die Zuwanderung wird ja der Markt noch enger. Und das sehen wir ja jetzt schon, dass eben gerade die Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum, um Sozialwohnungen jetzt wirklich so groß ist, dass die Leute ja teilweise dann auch sagen, wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr Zuwanderung aufnehmen, weil es einfach, weil wir ja auf der anderen Seite ja auch den Anspruch haben, Leute, die nach Deutschland kommen, möglichst schnell eben aus großen Unterkünften rauszuholen und in Wohnungen einziehen zu lassen. Und dafür muss es die Wohnungen aber geben und die muss es natürlich auch geben für die Leute, die schon hier sind. Das ist doch klar. Und dadurch kommt ja dieses ganze Dilemma, was jetzt ja auch aus den Kommunen stark kommuniziert wird, zu Recht. Es ist in allen Zeiten der historischen Entwicklung und auf der ganzen Erde so, dass die Wohnungsfrage, die Produktion von Quadratmetern über privates Kapital in der Industrie. Stellen Sie sich doch mal hier vor die Kamera. Genau. Das heißt, ohne privates Kapital gibt es nirgendwo Wohnungen, die, der Gedanke durch Vermietung von Objekten Einkünfte und Gewinne zu erschaffen, ist ein Initiator und eine tragende Säule für die Produktion von Quadratmetern. Das heißt, wenn ich jetzt in die Politik reingehe und sage, wenn ihr viele Wohnungen habt, nehmen wir die euch weg und dann macht er halt nichts mehr, dann verschrecke ich den letzten Investor, der dann logischerweise, konsequenterweise sagt, ich bin noch nicht so bescheuert und gehe nach Berlin und produziere eine Wohnung. Das mache ich halt in Frankfurt oder in Brandenburg oder in München und das Kapital fließt dann weg aus Berlin in die andere Richtungen. Also von daher hat man in Berlin es geschafft, potenzielle Investoren so abzuschrecken, dass sie sagen, nö, hier nicht, woanders sind die Bedingungen besser, die rechtlichen Rahmenbedingungen oder auch die Gewinnmöglichkeiten. Völlig nachvollziehbar. Aber wir hatten ja, oder so habe ich das gerade verstanden, dass selbst mit privatem Kapital im Moment nicht mehr viel zu machen ist oder habe ich das falsch verstanden? Na, wir brauchen doch eigentlich drei Dinge, Herr Ott. Wir brauchen natürlich privates Kapital, um Wohnraum zu schaffen. Das würde ich nie bestreiten. Wir brauchen aber auch einen starken öffentlichen Wohnungssektor, weil nicht jeder sich die Mieten leisten kann, die auf dem privaten Wohnungsmarkt eben abgerufen werden. Das brauchen wir auch. Und weil wir auch einen Wohnungssektor brauchen, der politisch gesteuert ist und der nicht jetzt rein Rendite-orientiert gesteuert ist. Wir brauchen beides. Natürlich brauchen wir auch private Investoren. Das ist doch völlig klar. Aber wir brauchen auch einen öffentlichen Wohnungssektor und je stärker der ist, desto mehr Möglichkeiten hat man auch, den Wohnungsmarkt mit zu beeinflussen und auch die Entwicklung von Mieten mit zu beeinflussen. Was wir aber vor allem brauchen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich sage es nochmal, sind günstige Bedingungen, sowohl für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften als auch für die privaten Investoren. Das ist doch klar. Also auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften stöhnen doch unter den hohen Preisen und wissen nicht, wie sie ihren öffentlichen Auftrag eigentlich noch erfüllen sollen. Das kommt doch noch dazu. Also alle drei Punkte sind wichtig. Ein starker öffentlicher Sektor, eine privatwirtschaftliche Wohnungserstellung, die auch funktioniert und eben auch Rahmenbedingungen, die für beide günstig sind. Okay, gut. Wollen wir das Thema, ich glaube, da sind wir uns einig, Herr Ott. Okay, gut. Also fast. Fast. Okay, gut. Also wir haben ja hier Parteiunterschiede und da ist klar, dass man sich vielleicht nicht so ganz 100 pro einig ist, aber so ein bisschen schon. Ich komme mal auf ein anderes Thema. Wir wollen ja wieder zurück zu der angedachten neuen Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Partei heißen wird, aber das werden wir dann sehen. Was mich besonders interessiert, wir hatten ja nun in den letzten Jahren so sehr stark diese sogenannte Cancel Culture. Da habe ich auch mit Alexander schon mal drüber gesprochen. Er war ja schon bei uns und da waren wir uns sehr einig, dass das aufhören muss, dass man also schon in der Lage sein muss, öffentlich seine Meinung kund zu tun, auch wenn die abweicht vom sogenannten Mainstream. Und da hat ja auch Sarah Wagenknecht, ich finde sie nicht in allen Punkten gut, aber in dem Punkt fand ich sie immer sehr gut, dass sie wirklich immer dafür plädiert hat, diese Cancel Culture abzuschaffen. Und da würde ich gerne wissen, ob da vielleicht irgendwie schon was da bei euch geplant ist oder wie ihr das bei euch besprecht, weil diese Cancel Culture, die kommt ja, man muss es leider sagen, aus der noch bestehenden Linkspartei und von den Grünen sehr stark. Ja, also ich habe mich erst mal sehr gefreut, dass das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, dieses Thema zu einem der vier Hauptthemen ja auch gemacht hat, weil mich das auch beschäftigt. Ich bin ja nicht nur, oder ich bin jetzt gar nicht mehr Stadtentwicklungspolitiker, das war ich bis zur Wiederholungswahl, jetzt bin ich aber nach wie vor Medienpolitiker, ich bin auch im Medienausschuss, das war ich schon vor der Wiederholungswahl und deswegen interessiert mich das Thema ja öffentliches Meinungsspektrum und wie entwickelt sich das, wie frei sind die Diskussionen, die wir in Deutschland führen können. Das interessiert mich sehr und ich stelle fest, wenn ich mit Leuten spreche, die sich für BSW interessieren, dass es fast immer ein... BSW ist Bündnis Sarah Wagenknecht interessiert, dass es fast immer auch als Thema aufgerufen wird. Dass die Leute sich eigentlich mittlerweile so ein bisschen, also zum einen bevormundert fühlen, dann aber auch eingeschränkt fühlen, in der, ja in dem Korridor, in dem Meinungen überhaupt noch geäußert werden dürfen und dass Leute eigentlich vermissen, eine freie, eine offene Debatte, die brauchen wir aber, die brauchen wir in jeder Hinsicht. Also eine Gesellschaft kann sich weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich noch kulturell entwickeln, wenn es keine freie Debatte gibt. Deshalb ist Freiheit ein ganz großer Punkt für uns und ich muss sagen, also es wird ja oft in Abrede gestellt, dass es in Deutschland eine Cancel Culture gibt. Ich sehe das anders. Wir haben mittlerweile ja nicht nur so eine, ja, sagen wir mal so ein Gefühl, dass man nicht mehr sagen kann, was man will, sondern es gibt ja auch schon ganz handfeste Nachteile, die Leute erleiden. Also wenn ich zum Beispiel an die Schauspieler und auch Wissenschaftler zum Teil denke, die sich in der Corona-Zeit gegen Maßnahmen ausgesprochen haben. Also ich weiß von etlichen Schauspielern, die dann erstmal wirklich Probleme hatten, überhaupt noch Drehbücher zu bekommen. Das war, ich will das mal eben kurz sagen, das war alles auf den Tisch, diese Aktion, die Schauspieler initiiert haben. Ja, genau, alles auf den Tisch und das andere hieß irgendwie, da gab es ja nochmals eine Aktion. Auf jeden Fall, ich will damit gar nicht sagen, wie ich jetzt zu den einzelnen Corona-Maßnahmen stand. Ich war selber jetzt nicht so kritisch, also erstmal nicht so kritisch gegenüber den Maßnahmen, aber ich habe sehr stark kritisiert, wie mit Kritikern umgegangen wurde in Deutschland. Und das ist ja nach wie vor so, wir haben ja gar keine Aufarbeitung bis jetzt von dieser ganzen, also weder von den Maßnahmen noch auch von dem gesellschaftlichen Klima, was da geschaffen wurde. Und das finde ich sehr schlimm, muss ich sagen. Und es stimmt, auch Teile der Linken und der Grünen haben sich daran leider sehr stark beteiligt, also Maßnahmenkritik im Grunde zu diffamieren. Und das ging ja jetzt gerade weiter eigentlich in der ganzen Debatte über den Ukraine-Krieg und die Frage von Waffenlieferungen oder Friedensverhandlungen und so weiter. Also wer sich da positioniert hat, der musste auch einiges ausstehen. Und was ich schon interessant finde, also wenn wir jetzt die Medien betrachten, und leider auch die öffentlich-rechtlichen Medien, dann müssen wir doch feststellen, dass egal, ob wir jetzt eine Nachrichtensendung, ein Politmagazin oder eine sogenannte Satiresendung anschauen, die eigentlich immer dieselben Botschaften um die Ohren gehauen bekommen und eigentlich immer dieselben Diffamierungen von abweichenden Meinungen. Mal als Gag in der Satiresendung, mal als Nachricht und mal als angeblich kritischer Hintergrundbericht in einem Politikmagazin. Es ist immer dieselbe Message und es geht immer in dieselbe Richtung. Und das merken natürlich auch viele Leute oder fühlen sich dann dadurch auch nicht mehr abgebildet, was natürlich auch ein Problem ist, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn die Leute bezahlen ja alle auch eine Gebühr, und zwar gar keine kleine, 18,36 Euro pro Monat und haben natürlich den Anspruch, und das ist übrigens nicht nur der Anspruch der Beitragszahler, sondern das ist ein gesetzlich verankerter Anspruch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er die Meinungsvielfalt in Deutschland abbilden und fördern soll. Und das, finde ich, passiert halt zu wenig. Aber ich will noch einen dritten Punkt ansprechen. Es gibt mittlerweile ja auch Leute, die ihre Jobs verlieren, weil sie irgendwie nicht mehr genehm sind. Also Patrick Barb an der Uni Kiel, der hat jetzt sich wieder zurückgeklagt. Ulrike Gero an der Uni Bonn, die ist noch am Klagen. Also es ist schon so, dass mittlerweile abweichende Meinung ganz handfeste Konsequenzen haben kann. Und das ist nicht in Ordnung, und das stört viele Leute. Und es wird kaum aufgegriffen, finde ich, in der politischen Debatte. Und deswegen machen wir das jetzt. Also das ist ja so die sogenannte Volkserziehung, die viele bemängeln. Und ich will dazu noch mal sagen, es ist ja von den Medien, also zumindest von der Zeitung Landschaft oder was davon noch übrig geblieben ist, die haben ja nach Corona ehrlich zugegeben, dass sie sich mit der, damals war das ja noch Frau Merkel, das war ja noch die alte Regierung, dass sie sich mit der Regierung getroffen haben und dass sie wirklich eingewilligt haben, den Regierungs-Corona-Kurs zu unterstützen. Und ich denke mir, ab dem Punkt, wenn das irgendwie aus der Presse kommt, dann ist natürlich ganz klar, dass die Leute sagen, diese Zeitung, die braucht man nicht mehr. Also, dass man das auch noch zugibt. Ich meine, es ist ja gut, dass man zugibt. Aber das ist wirklich, weil wir jetzt von Cancel-Culture reden, also das ist ein Armutszeugnis für ein demokratisches Land, würde ich sagen, wenn die Medien sagen, sie unterstützen den Regierungskurs, dafür sind Medien nicht da. Dafür sind sie nicht da, aber es gibt halt unterschiedliche Entwicklungen in der Medienpolitik, die darauf zulaufen. Das eine ist natürlich, wir haben mittlerweile unter den Journalisten oder in der Rekrutierung der Journalisten eine starke Verengung. Also es sind sehr oft Leute, die aus einem ähnlichen soziokulturellen Milieu kommen, die auch ähnliche Laufbahnen absolviert haben und die im Zuge dieser Laufbahn auch sehr oft, also das ist sehr eng auch an den Rekrutierungswegen der Politik. Also ich sage mal, Politiker und Journalisten sind sich oft soziokulturell sehr nah. Die gehen vielleicht in dieselben Kneipen, die gehen in dieselben Theater, die gucken dieselben Filme, die sind sich sympathisch oder auch nicht, aber man kennt sich. Und man muss dazu sagen, viele, also es gibt ja auch so Untersuchungen über Wahlverhalten von Journalisten, das ist ja auch interessant, sehr viele wählen eben die Grünen und das merkt man dann ja auch so ein bisschen der Berichterstattung. Und was ich wirklich schlimm finde, ist, dass sich mittlerweile so ein bisschen, ja, dass die Trennung zwischen Berichterstattung und Kommentierung irgendwie immer mehr aufweicht. und ja, das ist ein Problem, na klar. Und das kann man thematisieren, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen lösen, aber man muss es thematisieren, damit zumindest ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass das so für unsere Demokratie nicht gut ist. Okay, hat jemand von euch oder Ihnen eine Frage zum Thema Cancel Culture? Ja, also, erst mal, ich stimme vollkommen zu, die politische Diskussion heutzutage ist doch ein bisschen daneben, weil ich habe also auch schon langsam die Schere im Kopf. Also ich bin ja nur ein relativ älteres Semester, um es mal vorsichtig auszudrücken, und wir waren eigentlich in der Diskussion untereinander, egal welches Thema es war, waren wir eigentlich schon weiter. Also wenn ich so an meine Jugend denke, ich habe zehn Jahre gebraucht, und ich festgestellt habe, dass wirklich Spiegel schul ist, also nur so als Beispiel, das hat mich früher gar nicht interessiert. Ich hatte mit dem Motto gelegt, ja, sei da fast so glücklich werden, und sollte ich mal wirklich mal auf dem Gegenpart treffen, in der Diskussion, die ich früher hatte, wo wir nicht auf einen Nenner gekommen sind, dann hat man sich zumindest so weit getrennt, dass man sagt, man könnte auch anschließend noch mich getrennen. Ja, es ist so, es ist heute so, das ist wie mit den Smilies, was schicken bei WhatsApp oder sowas, ja, schichst du mir falsch ein Smiley, bist du nicht mit meinem Freund, kündig dir die Freundschaft, dann rede ich nicht mehr mit mir, und bist du Baba. Und auf die Diskussion mit der Presse, wir haben ja das beste Beispiel, wir hatten ja eine sehr, sehr, sehr bekannte Regionalsendung in Berlin, die Berliner Abendschau, das war früher Pflichtprogramm für den gehobenen Fernsehszuschauer, und ich muss tatsächlich sagen, ich prokrutiere diese Sendung, seitdem da gegendert wird. Einfach hier die Tatsache, weil mich das stört, weil mich das stört. Nun kann es sein, okay, es ist vielleicht ein Erziehungsproblem, ich habe es noch gelernt, Mann und Frau, und dann gibt es auch noch was anderes, aber es ist ja nicht so schlimm, es kann ja passieren. Allein, wie du schon sagst, diese Bevormundung im Allgemeinen, die stört mich doch sehr. Und da stimme ich dir vollkommen zu, die politische Diskussion ist verroht, in dem Sinne, dass man sich nicht mehr klar und deutlich seine Meinung sagen kann, ohne Angst zu haben, dass man gleich von unten in der Keule erschlafen wird. Ob ich jetzt, sagen wir mal, als Mann, als weißer, alter Mann, wie ich bin, ich bin ja nur mit der Sexismus-Kollegie geworden, oder eben, wie sehe ich mich, mit der Nazi-Kollegie, wenn man irgendwann mal was sagt, was eventuell als rechtspopulistisch ausgeliefert werden kann. Und das ist auch ein Problem, sag mal, warum die AfD so stark geworden ist. Nicht diese Ausgrenzerei, die finde ich ja vollkommen in Ordnung, man redet nicht mit den Kindern, aber, du hast es angesprochen, die Corona-Maßnahmen, da gab es ein paar Leute, die hatten da Bauchschmerzen mit. Und was wurde mit denen gemacht in der Presse? Die wurden in eine rechtsradikale Ecke gestellt. Das fing an mit, das sind ja alte Reichsbürger, und das sind ja alle Leute, die AfD-nah sind. Und diese Leute hat mal das Buchstätig in die rechte Ecke getrieben. Und dass die Leute jetzt aus dieser Ecke schwer rauszubekommen sind, das ist doch ganz logisch. Also das wollte ich jetzt nur mal ganz gut sagen. Ich hoffe, dass wir hier kommen. Ja, da würde ich gerne gleich reagieren. Ja, Aber ich sehe noch eine andere Meldung. Ja, erst Fragen und... Ins Mikro, bitte. Aber so in die Richtung. Ins Mikro. Also, ich komme aus Barcelona. Nee, einfach sprechen. Auch ein bisschen älter. Und ich habe erlebt die letzten Jahre von einer Diktatur. Also ich glaube, hier, viele Leute in Berlin, die haben ja auch erlebt. Bei uns damals heißt es Zensur. Das bedeutet, die durften bestimmte Themen nicht ansprechen oder mindestens nicht so in verschiedene Richtungen. Danach, waren einige Jahre, wo ich hatte das Gefühl, ich kann langsam viel mehr sprechen, viel offener sprechen über andere Themen. Ich habe langsam jetzt in den letzten Jahren das Gefühl, nicht nur wegen der Corona, dass auch mit politischen Situationen oder geopolitischen Situationen, die der Ukraine-Krieg, das langsam wird, meine Meinung, immer mehr, vielleicht nicht unter Druck, aber mehr immer unter die Lupe genommen, weil, was für mich früher als Zensur kannte, heute heißt es vielleicht political correctness. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht mehr frei, auch nicht beruflich, ich versuche, keine zu beentrüfen, ich habe eine Meinung, genauso wie jeder Mensch, hat eine Meinung und jeder hat das Recht dazu zu sagen, egal, was für eine Meinung das ist. Und bestimmte Themen, die sind heute tabu, ich kann nicht mal eine kleine Kritik, zum Beispiel, kleine Richtung Israel, sofort antisemitisch, nee, also eine Sache, die hat mit meiner Meinung nach miteinander überhaupt nichts zu tun, oder Thema so Ukraine, ich habe Diskussionen mit vielen Leuten, die sich selbst nicht lange zum Beispiel mit dem Thema beschäftigt haben, weil mir ist nur einfach ein Zufall, dass durch meine Familie seit meiner Familie ist Ukrainerin und seit 26 Jahren Beschäftigung mit dem Land, ich weiß nicht, was ich in den Medien sehe, ist dieser wunderbare Paradies, der in jedem Platz hat, also gute und schlechte Sachen, meine, jetzt ist eine neue Partei da, wo ich wirklich, ich muss sagen, dass am Anfang, ich hatte mir den Namen, war nicht mehr so, ich weiß nicht warum, es gab keinen Grund, nicht so sympathisch und heute ist vielleicht eine meiner Lieblings Politikerin, die Frau Sarah Wagenech, weil ich habe, dass es, die haben so gesagt durch die Medien oder, dass die Bevölkerung selbst gegenseitig sich zensiert, dass er einfach ist nicht mehr, dass jemand von der Polizei, von der Polizei Nationalen kommt und sagt mir, du darfst das nicht sagen, sondern mir macht Sorgen, denn plötzlich mein Nachbar sagt mir, ey, darf man nicht sagen, wie, oder was für eine Position, habe ich jetzt in der Richtung gehört, aber wie, haben Sie, welche Vorstellung hat diese Partei, wie kann man auch an, dass der Bevölkerung Konzept das unterkommt, weil ich glaube, das kommt nicht nur von den Medien, die Medien auf jeden Fall beeinflussen und die ticken in eine Richtung und dann die andere, aber wie kann man ein Partei zum Beispiel machen, dass die Leute sich selbst nicht gegenseitig zensiert oder unter Druck, einfach nur, weil andere Meinungen haben. Gut, Alexander, darf vielleicht nochmal, Ja, würde ich gerne ein paar Punkte aufgreifen, also erstmal würde ich sagen, Sie mit der roten Krawatte, Sie haben eine Sache gesagt, die war sehr wichtig, nämlich, dass wenn man wirklich jede abweichende Meinung und dann auch gleich die ganze Person immer in die rechte Ecke stellt, dass das im Grunde den Rechtsruck ja noch befördert, weil die Leute, wenn sie dort erstmal sind, eben so wie Sie es gesagt haben, aus dieser Ecke gar nicht mehr so schnell wieder rauskommen und irgendwann dann vielleicht auch sagen, ja gut, okay, wenn meine Meinung, von der ich eigentlich bisher ausgegangen bin, dass sie eine ganz normale durchschnittliche Meinung ist, wenn das jetzt plötzlich eine rechte Meinung ist, dann bin ich wohl ein Rechter, würde dann vielleicht jemand sagen und wenn das dann von niemandem mehr aufgegriffen wird, als ausgerechnet von der AfD, dann ist dann vielleicht der nächste Schritt, dass die Leute dann wirklich die AfD wählen und das ist eine fatale Entwicklung und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Teile des Mittellinksspektrums, die das so befördern, diese Diskussions und Kultur, dass die auch einen großen Anteil daran haben, dass wir heute mit diesem AfD-Problem zu tun haben und deswegen ist das eine sehr wichtige Frage. Das zweite, was ich sagen wollte, Sie haben jetzt gesagt, Sie gucken keine Abendschau mehr, seit dort gegendert wird, also ich gucke natürlich nach wie vor die Abendschau, finde ich wichtig als jetzt Berliner und auch jemand, der in Berlin Politik macht, sehr klar, ich muss sagen, es gendern ja auch nicht alle, nur manche, ich bin aber dagegen, ich sage das ganz klar, dass meine Position, das sollte eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht sein und ich sage jetzt hier mal was, was ich bis jetzt noch gar nicht öffentlich gesagt habe, ich habe auch der Programmdirektorin einen Brief geschrieben, dass ich, also in dem ich dagegen protestiert habe, das einfach, weil sie hat in einem Interview gesagt, kann doch jeder machen, wie er will und ich habe ihr geschrieben, ne, der Meinung bin ich nicht, weil wir haben eine deutsche Sprache, die hat ein Regelwerk und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarte ich eigentlich, dass sich alle an die deutsche Sprache halten, so wie sie nun mal ist und dass bis jetzt ist die Gendersprache kein Teil der deutschen Sprache für mich und ja, leider, gut, ist sie jetzt da auf meine Argumente nicht so eingegangen, aber zumindest habe ich es versucht. Ich finde, das muss man auch ein bisschen ernst nehmen, weil das ist ja, ich glaube, dass die Leute an sich sind ja nicht gegen das Gendern, weil sie was gegen Gleichstellung haben oder weil sie was, also bei Gendersprache geht es ja auch um die Zwischengeschlechter oder so. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem von den Leuten, sondern die Leute haben das Gefühl, sie sollen im Fernsehen erzogen werden und das ist nicht die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist keine Erziehungsanstalt, sondern der soll uns informieren, der soll uns bilden, der soll, wie ich vorhin gesagt habe, das Meinungsspektrum in Deutschland ja, abbilden und auch Meinungsvielfalt fördern. Das sind gesetzlich verankerte Aufgaben, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat und keine Erziehung. Und Gendersprache, klar, zum Teil nimmt es skurrile Formen an. Ich hatte neulich ein Buch in der Hand, da wurde, also es war keine Satire, sondern ernsthaft, ein Buch, in dem man also die richtige Gendersprache beigebracht bekommen hat, also eine Art Lexikon, wenn man so will. Ich hatte wirklich das Gefühl, das geht um eine Fremdsprache. viele Sachen kannte ich auch noch gar nicht, also Pronomen wie Enns oder so, hatte ich jetzt noch nie gehört, oder dass man nicht mehr Vater und Mutter sagt, sondern das Eltern, hast du das schon mal gehört? Nein. Ich wusste nicht, dass Eltern ein Singular hat, aber offensichtlich gibt es auch das. Also das ist natürlich, also kann ich nachvollziehen, dass viele Leute finden, das geht irgendwie auch ein bisschen zu weit. was jetzt die Frage betrifft, ja wie, ja wie schafft man auch Freiräume für Diskussionen? Ich habe neulich, also ihr kennt ja vielleicht die Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von ungefähr 900 Journalisten und die Bundespressekonferenz hat ein Monopol auf die Bundespressekonferenzen der Bundesregierung. Das kennen sich ja alle aus dem Fernsehen, vor der blauen Wand und so und mit diesem holzfarbenen Tisch und da sitzen dann die Journalisten und man muss quasi, also bis vor kurzem war das so, man musste Mitglied sein dieser Bundespressekonferenz, um eben da eingeladen zu werden. Und ein Journalist, den ich kenne, ein sehr kritischer Journalist, der wurde von dem Verein ausgeschlossen. Also er sollte eben nicht mehr Mitglied sein dürfen. Es war Florian Warwick von der Nachdenkseite und der hat dagegen prozessiert. Und ich habe ihn da auch, ich will nicht sagen, unterstützt, aber begleitet. Ich habe mir diese Prozesstermine angeschaut, weil ich das interessant fand. Und zum Glück, muss ich sagen, hat die Richterin ganz klar gestellt, dass dieser Versuch, ihn aus der Presse, Bundespressekonferenz herauszuhalten, gegen die, also gegen die, die Gleichbehandlung und die Meinungsfreiheit verstößt. Und er hat Recht bekommen, jetzt geht die Bundespressekonferenz dagegen in Revision, aber trotzdem, also der Rechtsstaat funktioniert noch. Das hat mich ziemlich erleichtert, aber allein dieser Versuch, kritische Medienstimmen quasi aus so einer Bundespressekonferenz der Bundesregierung herauszuhalten, den fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich schockierend. War der Grund denn, dass er kritische Fragen stellt oder was war der Grund, ihn da auszuschließen? Also in der Gerichtsverhandlung wurden eigentlich, finde ich, Gründe genannt, die man gar nicht so greifen kann. Und das hat ja die Richterin dann auch moniert. Also er würde sich nicht anständig benehmen oder er hätte mal ein Foto von sich gemacht in der Bundespressekonferenz, was man wohl auch nicht, also so ein Selfie irgendwie und sowas. Also es waren so ein bisschen komische Gründe. Sie waren nicht schlagkräftig. Die Richterin hat das ja auch zurückgewiesen. Ich weiß nicht, wie jetzt der Revisionsprozess dann ausgeht. Aber offensichtlich ist doch, dass Herr Warweg, der wirklich kritischer Journalist ist, der sich auch nicht so leicht zufrieden gibt mit Antworten, die er von der Bundesregierung bekommt, da irgendwie ferngehalten werden sollte. Nur mal ein Beispiel. Und da muss ich sagen, der Rechtsstaat funktioniert. Der hat auch funktioniert bei Patrick Barb, der jetzt wieder an der Uni Kiel arbeitet. Ich hoffe auch für Ulrike Gerod, dass sie recht bekommt. Aber es ist natürlich trotzdem auch irgendwie nicht einzusehen, dass jeder, der jetzt irgendwie eine kritische Meinung hat und trotzdem irgendwie arbeiten möchte, jetzt vor Gericht ziehen muss, um das durchzusetzen. Ja, das stimmt. Okay. Gut, wenn keiner mehr, doch noch eine Frage dazu. Okay. Bitte, wie ich gehört habe, da hinstellen, damit Sie im Bild sind. Ist ganz, ganz kurz. Würden Sie das, was Sie eben gesagt haben, auch für Boris Reitschuster gelten lassen, der ja auch aus der Bundesredsekonferenz ausgeschlossen hat, der aber wahrscheinlich im AfD-nahen Spektrum verortet ist? Ja, Boris Reitschuster, sich selber im AfD-nahen Spektrum verortet, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, ich verfolge ihn jetzt nicht so eng, ich gehe davon aus, dass er viele Positionen vertritt, die ich ganz furchtbar finde, aber trotzdem gilt natürlich die Meinungsfreiheit und die Freiheit des journalistischen Arbeitens auch für ihn. Na, selbstverständlich. So, wir kommen jetzt mal zum nächsten Thema und das ist auch unerfreulich, das ist der Krieg. Zuerst Russland, Ukraine und jetzt auch noch Nahost und da würde ich gerne wissen, was habt ihr da für Positionen? Bitte ins Mikro. Gut, ich fange vielleicht mal mit der Ukraine an. Ich habe vorhin ja gesagt, dass Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer diesen Aufstand für Frieden am Brandenburger Tor im Februar initiiert hatten und dass sie die Ehre hatte, einer der Organisatoren dieser Kundgebung zu sein und bei dieser Kundgebung ging es darum, dass man eben diesen Krieg in der Ukraine nicht durch immer mehr Waffen beenden kann, das war unsere Meinung, sondern dass wir Friedensinitiativen, Initiativen für Friedensverhandlungen, dass wir einen Waffenstillstand brauchen. Und diese Position, die ist damals stark diffamiert worden, die wird aber ja durchaus von einem großen Teil der Bevölkerung immer noch geteilt. Und wir haben gesehen, natürlich ist es nicht so gekommen. Also wir haben ein Fenster aufgestoßen, sage ich mal, für eine Diskussion zu dem Thema. Das war wichtig, dass wir das gemacht haben, aber wir haben es jetzt leider nicht geschafft, die Politik auch entsprechend zu verändern, sondern nach wie vor. Ich habe gerade heute gelesen, also dass die Unterstützung, die militärische Unterstützung aus Deutschland für die Ukraine im nächsten Jahr 8 Milliarden Euro betragen soll. Das ist ja der helle Wahnsinn. Und das heißt, es geht immer weiter. Und gleichzeitig sehen wir ja aber auch, dass es sich in dem Krieg also selbst gar nichts tut, sondern die Frontlinie zwischen dem russisch besetzten Teil der Ukraine und dem Teil, den die Ukraine selber noch kontrolliert, die ist ja seit, ich würde sagen, seit einem Jahr im Grunde unverändert. Mal gibt es ein Dorf, das irgendwie an die Russen fällt, dann gibt es ein Dorf, das befreit wird von den Ukrainern, hin und her. Aber im Wesentlichen sterben jeden Tag sehr viele junge Menschen im Grunde für nichts oder für 5 Meter vor und 5 Meter zurück. Und das ist ein einziges Drama, finde ich. Und deswegen selbstverständlich wird auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, so wie Sarah das immer gemacht hat, auch weiterhin darauf bestehen, dass wir Friedensverhandlungen brauchen, dass wir einen Waffenstillstand brauchen, dass wir nicht immer mehr Waffen in diesem Krieg liefern sollen. Das ist unverändert. Okay, so dann komme ich mal zu einem noch unangenehmeren Thema und das ist der Krieg in Nahost. Da mal eine kurze Beobachtung, also was mich wundert, dass seit Tagen, wenn ich irgendwelche linken Blätter, oder man muss noch nicht mal bis zu den linken Blättern gehen, da ist die Aufforderung an Israel, man möchte das Bombardement, bitte des Gazastreifens einstellen, aber auf der anderen Seite wird mit keinem Wort die Hamas aufgefordert, die Geiseln freizulassen oder aufzuhören, Raketen rüber zu schießen nach Israel. Also das erstaunt mich sehr, dass da irgendwie, ja, dass da diesbezüglich keine Forderungen kommen und da würde mich natürlich interessieren, wie seht ihr das, wie wird das bei euch diskutiert? Ja, ich kann dazu sagen, wie ich das sehe. Also, wie gesagt, wir sind ja jetzt noch eine Partei im Werden, wir sind ja noch keine Partei, aber natürlich, also ich würde mal folgende Punkte machen wollen. Erstens, das, ja, sage ich jetzt mal als Deutscher, selbstverständlich haben wir eine historische Schuld zu tragen, der Holocaust, der in Deutschland stattgefunden hat, ein besonderes Verhältnis, resultiert für mich daraus auch zu dem Staat Israel als Heimstätte für die Juden, die über Jahrtausende weltweit ja auch verfolgt wurden und am schlimmsten eben in Deutschland dann auch zu Millionen umgebracht wurden. Deswegen, also ich kann nicht so viel mit dem Begriff Staatsressort anfangen, da kann ich mich nicht so viel darunter vorstellen, aber ich finde, es gibt eine Verantwortung dafür, dass wir ja auch an der Seite der Juden stehen, wenn sie angegriffen werden. Das gilt für Israel und das gilt aber auch für Deutschland, weil, was ich auch nicht in Ordnung finde, vielleicht kommen wir zu dem Thema ja auch noch, ist, wenn am 7. Oktober nach dem Überfall der Hamas hier in Deutschland auf der Straße Süßigkeiten verteilt werden und die Leute sich vor Begeisterung kaum noch einkriegen. Das ist wirklich unterirdisch und da bin ich voll dagegen. Da kann ich aber kurz, da möchte ich mal kurz reingrätschen, das ist ja von der Linken eigentlich, ich weiß, du bist nicht mehr in der Linken, können wir ja hier so sagen, du bist ausgetreten, aber da muss man wirklich auch mal sich fragen, warum die Linke sowas irgendwie duldet und warum die Linke da nicht reingrätscht. Also wir sprechen jetzt wirklich von dieser Aktion, man kann unterschiedlicher Meinung sein zu diesem Krieg, da akzeptiere ich auch unterschiedliche Meinungen, aber man kann nicht unterschiedlicher Meinung sein, wenn es darum geht, einen Massenmord, einen Massaker irgendwie zu relativieren oder zu beklatschen und da hat die Linke überhaupt nicht reingekrätscht, im Gegenteil in Neukölln. Und also ich weiß, du bist nicht mehr in der Linken, aber ich frage dich jetzt trotzdem, warum? Ja, ich kann dir die Frage noch nicht so beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass, oder ich stelle es auch fest, sage ich mal, im linken Milieu insgesamt, dass es irgendwie die Befürchtung gibt, wenn man sich jetzt quasi gegen die Migranten in Neukölln, die da auf der Straße sind, stellt, dass man dann irgendwie ja vielleicht als migrantenfeindlich oder so gilt oder dass man die Vorstellung hat, das sind ja Unterdrückte, was ja irgendwo auch stimmt, aber kein Freibrief sein kann und dass man deswegen, es gibt ja auch Teile der Linken, also jetzt nicht der Partei der Linken, aber der gesellschaftlichen Linken, die ein sehr positives Verhältnis auch zu zum Beispiel zu islamistischen Strömungen haben. Also ich denke zum Beispiel an Judith Butler in den USA und auch deutschen Linken, die von ihr beeinflusst sind, die zum Beispiel die Burka als irgendwie Befreiungssymbol feiern und ähnliches. Also diese Vorstellung gibt es ja schon und möglicherweise hat die Linke da auch teilweise nicht so richtig gewusst, wie sie sich verhalten soll. Aber für mich ist ganz klar, hier in Deutschland gibt es überhaupt keine Toleranz für Antisemitismus, auch nicht, wenn er irgendwie aus der arabischen Community kommt. Das ist doch ganz klar. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Das Zweite ist, ich bin auch der Meinung, dass Israel natürlich sich verteidigen muss, wenn es angegriffen wird. Die Regierung ist dazu verpflichtet, ihre Bevölkerung zu verteidigen. Das ist ja auch klar. Und das Dritte, was ich sagen will, ist, für mich ist die Hamas eine wirklich verbrecherische, islamofaschistische Organisation, mit der ich null Sympathie habe. Jetzt komme ich aber zu einem Punkt, wo wir vielleicht nicht einer Meinung sind. Bitte. Auch das völkerrechtliche, also auch das völkerrechtliche Verbrief, der Recht auf Selbstverteidigung, hat Grenzen. Nämlich dann, wenn das humanitäre Völkerrecht verletzt wird. Und das sehe ich teilweise in der Reaktion Israels auf Gaza schon. Also, wenn das stimmt, dass da mittlerweile 10.000 Leute umgekommen sind bei dem Gegenschlag, dann ist das für mich nicht mehr, also hat das, verlässt es langsam irgendwie die Relation, die irgendwie noch okay wäre. Da sterben Tausende von Kindern, da werden Krankenhäuser bombardiert. Ich weiß, auch deswegen, weil die Hamas sich unter den Krankenhäusern versteckt oder von Schuldächern aus ihre Raketen abschießt. Da finde ich, muss man sich aber trotzdem überlegen, ob man, um jetzt drei Hamas-Führer zu töten, gleich noch ein ganzes Krankenhaus mit in die Luft jagt. Das finde ich, da würde ich die israelische Regierung auch kritisieren, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich finde, natürlich muss Israel seine Menschen verteidigen. Und natürlich muss die Hamas irgendwie auch politisch unschädlich gemacht werden. Das sehe ich schon ein. Aber ich finde, ein Krieg, der so viel Leid produziert, der wird es doch im Endeffekt nur schaffen, dass es noch mehr Hass gibt und vielleicht auch perspektivisch noch mehr Unterstützung für Kräfte wie die Hamas. Und das sehe ich wirklich als Problem. Deswegen bin ich auch dafür, also finde ich die Forderung nach Waffenstillstand eigentlich richtig, muss ich sagen. Also ich akzeptiere diese Meinung natürlich nur, wie gesagt, ich kann nur das wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Mich wundert es eben, dass man, wenn man sagt, das stimmt ja auch, dass da Zivilisten zu Tode kommen, aber die kommen ja unter anderem auch deshalb zu Tode, weil die von der Hamas als Schutzschilde benutzt werden. Also warum appelliert man dann nicht an die Hamas, das zu unterlassen? Weil wenn ich diese Hamas-Führer im deutschen Fernsehen wird das gar nicht ausgestrahlt, aber im englischen und amerikanischen Fernsehen, da sagen die ganz klar, wir sind eine Gesellschaft von Märtyrern, wir werden für Israel sterben. So, also was ist das für ein Gegner, Alexander? Was willst du da noch machen? Das ist eben die Frage, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Natürlich ist es furchtbar, wenn Kinder und gerade, Kinder und Frauen sterben. Ich weiß genau, was du meinst. Aber wie willst du einen Gegner behandeln, der klipp und klar sagt, ja, wir werden in dem Krieg sterben und dazu sind wir bereit? Ja, also da würde ich dir auch ein Stück weit insofern recht geben, als dass ich auch glaube, dass dir der Hamas das Leben der Kinder und Frauen im Gazas-Schreifen wahrscheinlich relativ egal ist und auch ihr eigenes Leben. Das ist ja das Charakteristikum von Fanatikern und gerade von religiösen Fanatikern, dass sie eigentlich ja gar nicht am Leben hängen, sondern eigentlich nicht den Tod anstreben sogar. Das ist natürlich schwierig. Aber trotzdem hat, finde ich, ein Land wie Israel, das ja militärisch sehr potent ist, schon auch die Verpflichtung, also auf Zivilisten Rücksicht zu nehmen und was jetzt passiert, finde ich, ich glaube, also ich will jetzt das Ganze als Vorwurf in Richtung Israel formulieren, sondern eher als, ich sage mal mal, ja mit der Frage, was heißt das denn für die Zukunft? Also kann denn als Ergebnis eines solchen Krieges mit so vielen Toten, wird doch nicht sein, dass sich hinterher alle gut verstehen und friedlich zusammenleben. Und das ist doch das Problem. Das ist ja nie das Ergebnis von Krieg. Also da sind wir ja völlig einig. Genau, da sind wir uns einig. Ja, danke. Also erstmal eine kleine, ganz kleine Anekdote, also das Thema Krieg. Also wir hatten vor einigen, also vor vielen Jahren, als mein Opa noch lebte, einen Austausch, Schulterin aus Deutschland. Also dann hat sie erfahren, wir wollten meine Opa besuchen und sie hat erfahren, dass meine Opa Spanische Republikaner war, in Frankreich war, in zwei KZ und unsere Nachbarn, die waren auch in Mattausen. Sie war total unangenehm, sie war ein junges Mädchen, nicht mal 20, weil sie als Deutscher wie mein Opa reagiert wurde. Dann habe ich mein Opa als Mal gefragt, schau mal, was ist ein Deutscher? Und sie macht sich einfach nur Gedanken und er hat einfach nur gelacht, nicht geguckt. Ich habe nie, nie gegen Deutsche gekämpft. Ich habe gegen Faschisten. Faschisten haben keine Frage. Faschisten haben kein Volk. Also wir haben nichts zu tun und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt einfach automatisch, als jede Palästinense automatisch mit Hamas zu tun haben. Oder weil, ich frage jetzt, kommt meine Frage. Ich war auch schockiert, weil auf beruflicher Grunde, wir hatten eine Demo vor zwei, drei Tagen vor dem Roten Rathaus. Und ich finde so, das gibt es, ja, die europäische Frage, die deutsche Frage, die Berliner und dann auf einer Seite gibt es so die Israelin, auf einer Seite die ukrainische Frage. Und dann frage ich mir, in einen Krieg, also zum Beispiel in der Israel, wie sehen Sie das zum Beispiel, dass sie nicht Opfer auch auf der Seite von der Palästinensie sind? Warum ist jetzt nur so automatisch, oder wie finden Sie, dass nur eine Seite repräsentiert als Opfer und die andere als Täter? Und so sehe ich mir die Ukraine, weil bestimmt gibt es auch viele Russen, die leiden, nicht nur in Russland. Weil jetzt plötzlich nur aufgrund der Russen zu sein, die sind plötzlich sehr böse. Sie sind einfach, und wie gesagt, ich bin integrationiert, ich arbeite mit Kindern, die kommen aus dem Gebiet. Und ich wusste, mir wurde sogar gefordert, ich sage nicht, welche Arbeitstwege, das spielt keine Rolle hier, dass ich aufkläre, die armen ukrainischen Kinder, die kommen, ja klar, die sind die ersten, die leiden. Wie soll ich das erklären, zum Beispiel, ein Kind, ich habe jetzt, oder zwei, aus Afghanistan, aus Syrien, die wurden in sich gelassen, das ist ein eigenes Land, die kommen jetzt, und ich muss plötzlich sagen, die arme Israel, die arme Ukraine, und ich finde es sehr, sehr partidistisch, wie alles hier repräsentiert, böse, gute, und der Gute hat alle Rechte, mit allen Widerzinsen zu verteidigen, egal mit Atombomben, Hiroshima, aber okay, das ist ein anderes Thema. Wie sehen Sie zum Beispiel, oder was für ein Gefühl, wenn Sie zum Beispiel, gehen zum Rotterrauch und sehen, dass offiziell, es wird nur auf einer Seite komplett unterstützt, und die andere, meiner Meinung nach, komplett vergessen, weil in einem Krieg, ist die Bevölkerung, egal welche Seite, die sind die großen Verlierer. Aber ich glaube, das will ich mal kurz vorausschieben, das haben wir, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Zivilbevölkerung immer der Verlierer, also die Verlierer sind. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, oder nicht? Ja, selbstverständlich. Ich will, ein paar Punkte dazu sagen. Also erstens, wir haben vorhin über Meinungsfreiheit gesprochen, und dazu gehört natürlich auch, dass Leute, die sich jetzt mit den palästinensischen Opfern dieses Krieges solidarisieren wollen, auch auf die Straße gehen können müssen. Das finde ich, da gab es ja am Anfang doch irgendwie Zweifel, also es wurde ja versucht, pro-palästinensische Demonstrationen zu verbieten, und teilweise wurden sie auch verboten. da würde ich sagen, ich würde mir sehr genau anschauen, auf was für eine Demo ich da gehe, aber sie muss stattfinden dürfen. Das ist mal das Erste, was ich sagen will. Also es ist nicht richtig, die Leute, die finden ja auch statt, und ich finde es ja auch richtig, dass sie stattfinden, weil natürlich die Menschen, die hier leben, und die vielleicht Familie im Gazastreifen haben, die müssen ja mit ihrer Angst und ihrer Wut und ihrem Entsetzen auch, die müssen dem ja auch Ausdruck verleihen können. Das ist total wichtig, weil wenn man das unterbindet, verschwinden ja Wut, Angst und Hass nicht, sondern werden eher noch stärker. Also von daher, das ist mal das Erste, was ich sagen will. Das Zweite, wo ich Ihnen schon ein bisschen Recht gebe, das stimmt, so in den Medien oder auch in der offiziellen Politik ist sehr wenig Empathie für die Opfer in Gaza. Würde ich auch sagen. Ich meine, ich habe vorhin die Zahl genannt, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber es sind sicher, viele tausend Menschen, die gestorben sind, und wir sehen sie nicht wirklich und sie, also es ist, der Umgang ist wenig empathisch, würde ich auch sagen. Und das ist auch nicht in Ordnung, weil natürlich ist doch klar, für mich sind Palästinenser nicht gleich Hamas, sondern für mich sind die Palästinenser, die dort leben und die jetzt sterben, auch Opfer der Hamas. Und Sarah Wagenknecht ist ja dafür kritisiert worden, dass sie gesagt hat, Gaza ist ein Freiluftgefängnis. Aber es ist ja richtig, es ist ja nicht so, dass die Wärter dieses Freiluftgefängnisses sind nicht nur die Israelis, sondern die Wärter dieses Freiluftgefängnisses sind insbesondere auch die Hamas und auch die Nachbarländer, die die Leute zum Beispiel nicht reinlassen, wie Ägypten. Insofern gibt es viele Gefängniswärter und das Opfer, all dieser Kräfte sind die Menschen, die dort leben unter schlimmen Bedingungen. Und das finde ich, das kann man ruhig mal festhalten. Aber das finde ich gut, dass du das sagst, aber dann muss man eben auch dazu sagen, dass eben die Zivilbevölkerung auch Opfer der Hamas ist und das kommt mir dann zu kurz. Deswegen habe ich es gesagt. Ja, gut, gut. Okay, da haben wir noch eine Frage. Kommen Sie bitte nach vorne, setzen Sie sich auf den Fragestuhl. Ja, also es gab einen Spagat, den ich nie verstanden habe und das war so diese intellektuelle Nähe von Linken zum Islamismus oder zur islamistischen Gesellschaft. Also ich konnte es nie nachvollziehen, dass eine Bewegung, die Linke als Partei, die Linke als gesellschaftliche Bewegung, emanzipatorisch ist, freiheitlich ist, zukunftsorientiert ist. Und antireligiös ist, also es gab ja nichts Schlimmeres im linken Movement, als wenn Sie daherkommen und sagen, ich bin katholisch und komme aus Polen. Also das ist irgendwie so kurz vor Genüggschuss. Da muss man sich schon mal recht erringen. Und trotzdem hat diese emanzipatorische, freiheitliche, gleichheitliche Bewegung immer eine Sympathie entwickelt für islamistische Beschreibungen im Sinne von ein Kompftuch ist ein Symbol der Befreiung der Frau. Ich konnte sowas intellektuell nie nachvollziehen. Mir war es nie irgendwo begreiflich, wie kann man eine, die Religion, die die Segregation der Geschlechter so stark forciert wie keine andere Religion dieser Erde. Also keine Religion ist irgendwo für die Emanzipation der Frau, um Gottes Willen. Aber auch da gibt es skalierbare Unterschiede. Und ausgerechnet die Religion, die die Segregation der Geschlechter quasi als ihr Lebenssymbol beinhaltet, die hat immer Sympathien bei den Linken gefunden, die für mich als intellektueller Spagat nicht nachvollziehbar waren. Gibt es unter Sarah Wagenknecht und ihrer Freundschaft zu Alles Schwarzer da jetzt irgendwie so eine gewisse Rationalisierung winken Gedankengutes bezüglich extremistischen religiösen Verhaltens? Also Sarah Wagenknecht war ja noch nie bekannt dafür, dass sie irgendwie islamistische Tendenzen gut geheißen hätte. Und ich übrigens auch nicht. Also ich selber gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn Leute religiös sind. Also katholisch, protestantisch, jüdisch, muslimisch. Das ist mir egal. Finde ich auch okay. Muss man auch absolut wertschätzen, finde ich, weil also Religion ist ja auch ein Teil der Kultur der Menschen. Und ich bin total dafür, dass man das auch anerkennt und wertschätzt. Aber was ich überhaupt nicht wertschätze, ist Islamismus und ist der politische Islam. Und davon sprechen sie ja. Und warum es einen Teil der Linken gibt, Sie haben recht, es gibt ihn. Es gibt, habe ich vorhin ja angesprochen, die große linke Intellektuelle Judith Butler in den USA, die ja sogar die Burka als emanzipatorisches Statement versteht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Da müssen Sie eigentlich immer einen anderen fragen, weil für mich ist das nicht links. Das sehe ich genau wie Sie. Also das ist ja absolut reaktionär und im Grunde genau das, wogegen wir auch als Linke uns immer gewehrt haben. Und wenn wir früher gegen jetzt religiöse Bigotterie, Spießigkeit und so in Deutschland gekämpft haben, dann gilt natürlich dasselbe auch im Hinblick auf andere Religionen und insbesondere jetzt auch auf, sag ich mal, den radikalen Islam. Und wenn ich sehe, dass jetzt hier in Berlin oder, nee, das war eigentlich in Essen, Demos stattfinden, wo Männer und Frauen getrennt marschieren und so, das ist natürlich Wahnsinn. Also dafür, finde ich, kann man jetzt als Linker wirklich keine Sympathien haben. Da kann ich Sie beruhigen. Das wird auch nicht, also das denke ich mal, damit hat auch das Bündnis Sarah-Wagenknecht jetzt nichts am Hut. Okay. Nächste Frage. Noch dazu? Ja, ja. Okay. Also zunächst einmal, wie gesagt, das geht jetzt nicht in die Linken, sondern etwas für die neues Bündnis, für den Verhalten von der Sarah-Wagenknecht. Wir haben ja Aussagen gehört, dass ja auch bei der Migrationsfrage Position öffentlich macht, die ja nicht das offizielle Statement von irgendwelchen Linkspolitikern ist. Also finde ich, wird schon mal in Ordnung, dass zumindest eine politische Mensch in unserem Land auch mal Probleme richtig offensiv anspricht. ein kleiner Ratschlag für diese neue Partei hätte ich für euch. Also wenn man davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist, muss man aufpassen, dass man nicht allzu gern links läuft, weil man dann an der richtigen Ecke da rauskommt. Also seid vorsichtig bei euren Statements. Wie gesagt, du bist jetzt leider in der Blödsinn in der Situation, dass du dort die Linken verteidigen musst oder die Linken in Politik erklären möchtest. Mir fällt jetzt nur ein, wie gesagt, ich wünsche der Frau Wagenknecht viel Glück, obwohl ich persönlich glaube, dass das, was so manchmal in der Presse so rumgeistert, von wegen 20 Prozent könnten eventuell eine Wagenknecht-Martei wählen. Ich glaube, da ist es ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber für dich nochmal die ganz persönliche Frage, das ist mir ein Leuch in der Horrorpause aufgefallen, weißt du, du bist ja nur aus der Linken-Fraktion ausgetreten, ne? War ich das richtig verstanden? Ne, aus der Partei. Oder aus der Partei soll er ausgetreten, warum legst du dein Mandat nicht nieder? Also das würde mich jetzt persönlich, als persönliche Frage an dich jetzt, ohne Kritik, also nicht, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt ganz, ganz doll und dich jetzt festlegen, sondern, weil ich sag mir mal, als Demokrat ist man gewählt worden für eine Partei oder für eine Politik, die ich damals vertreten habe. Man kann ja sich an seiner Meinung ja auch verändern, aber der Wähler, der dich damals gewählt hat, hat dich als Linker gewählt. Und jetzt bist du kein Linker mehr. Wie soll sich dieser Wähler, also ob der sich da am Ende verarscht fühlen könnte? Also deshalb, nur bereit bei welcher Frage wie gesagt, weil Susanna Wackrich gesagt hat, habe ich gesagt, für dich persönlich nur die Frage, warum legst du dein Mandat nicht nieder? Ich will mal eben, bevor Alexander antwortet, sagen, bei uns soll man sich ja heute nicht für Fragen entschuldigen. Wir haben ja hier über Meinungsfreiheit geredet, also nicht für Fragen entschuldigen, bitte heute. So, bitte. Ja, klar, natürlich, die Frage, die steht ja auch im Raum und es gibt ja auch die Forderung verschiedener Linker Gremien und Gliederungen, dass ich das Mandat niederlege. Ich will gar nicht sagen, dass ich das auswiesen würde, aber ich mache das nicht, anders als Sie das jetzt dargestellt haben, abhängig von der Frage, was will jetzt eigentlich die Linke? Denn so ist die Demokratie in Deutschland nicht gedacht, im Grundgesetz und auch nicht in der Berliner Landesverfassung, dass die Abgeordneten Verfügungsmasse der Parteien sind, die sie entsenden. Und Parteiwechsel oder Austritte, auch von Mandatsträgern, hat es in Deutschland, in der Bundesrepublik, schon immer gegeben. Und interessanterweise war die Kritik jetzt auch noch nie da, also wenn jetzt Parteien profitiert haben von einem Mandatswechsel, haben sich jetzt noch selten darüber beschwert und gesagt, derjenige soll sein Mandat niederlegen. Ich habe jetzt gerade vorgestern gelesen, dass mich die Linke Spandau aufgefordert hat, meinen Mandat niederzulegen, damit die Linke Kandidatin Leschewitz aus Spandau dann an meine Stelle nachrücken kann. Sie ist die Frau von dem Fraktionsvorsitzenden in der PVV Spandau, Lars Leschewitz, der ja nur deswegen Fraktionsvorsitzender ist, weil die Linke in Spandau eine Mandatsträgerin der Grünen in ihren Reihen aufgenommen hat und dadurch überhaupt erst von einer Gruppe zu einer Fraktion wurde. Und ich weiß noch, im März, als es stattgefunden hat, hat sich die Linke Spandau dafür sehr abgefeiert, öffentlich, und ich habe es ihnen auch gegönnt, weil natürlich, ich sage mal, politische Konstellationen ändern sich auch zwischen Wahltagen. Es ist nicht in Stein gegossen, gemeißelt, was jetzt an einem Wahltag rausgekommen ist bis zur nächsten Wahl, sondern gibt es eben auch Bewegung zwischendurch. Und ich bin immer noch Linker. Ich habe vorhin versucht darzulegen, wo ich Probleme habe mit dem, wie sich die linke Führung in der Zwischenzeit entwickelt hat und wo dann auch Bruchstellen waren. Ich würde die Frage, ob ich das Mandat behalte oder nicht, von was anderem abhängig machen, nämlich davon, ob ich es schaffe, als Einzelabgeordneter trotzdem mein Mandat so auszufüllen, wie ich es im Wahlkampf versprochen habe. Und wie es auch den politischen Inhalten entspricht, mit denen ich angetreten bin und ich weiß nicht, ob das geht. Ich werde es sehen. Ich stelle es mir schwierig vor. Wenn ich feststelle, ich sitze im Abgeordnetenhaus nur meine Zeit ab und kann eigentlich gar nichts mehr bewegen, dann würde ich das Mandat nicht behalten. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann trotzdem was für die Leute tun, im Wahlkreis, aber auch politisch, als Medienpolitiker oder im Hinblick auf Stadtentwicklungspolitische oder Wirtschaftspolitische Fragen, dann würde ich es durchaus behalten. Das würde ich nicht abhängig machen von dem, was jetzt die Partei Die Linke jetzt dazu sagt. Es ist ja klar, wie gesagt, Die Linke hat übrigens auch schon auf der Ebene von Landtagen auch schon oft davon profitiert, dass zum Beispiel Leute von den Grünen oder so zu Linken übergewechselt sind. In Nordrhein-Westfalen hatten wir ganz lange einen einzigen linken Landtagsabgeordneten, das war jemand, der über die Grünen gewählt wurde und dann bei der Linken eingetreten ist und da hat sich auch niemand drüber beschwert. Früher war das noch viel öfter der Fall, da war das gar kein Thema, da hat man die Freiheit des Mandats einfach hingenommen, so wie sie im Grundgesetz geregelt ist und in den Landesverfassungen und ich finde, wie gesagt, für mich ist der Maßstab, ob ich was für die Wähler tun kann, als Einzelabgeordneter oder nicht und von der Bevölkerung, von Wählern selbst habe ich total unterschiedliche Rückmeldungen. Natürlich haben mich auch Leute aufgefordert, das Mandat niederzulegen, weil sie gesagt haben, sie haben ja die Linke gewählt und nicht Sarah Wagenknecht oder so und andere haben aber auch genau geschrieben, sich soll das Mandat auf keinen Fall zurücklegen, weil sie haben unter anderem auch wegen Sarah Wagenknecht und deren Positionen die Linke gewählt, auch das gibt es ja und insofern würde ich sagen, ja, da habe ich glaube ich alles dazu gesagt. Ich finde, das ist eine Debatte, die ist zwar berechtigt, aber die wird leider von Interessierten auch sehr unehrlich geführt. Wie gesagt, wenn man was gewinnt, freut man sich und spricht nicht weiter drüber und wenn man was verliert, dann fällt einem plötzlich ein, das sei total undemokratisch. Okay, gut, wenn zu dem Themenkomplex keiner mehr eine Frage hat, bitte auf den Fragestuhl, dann machen wir eine Musik. Wir wollen nämlich auch noch zum Thema Sozialpolitik kommen. Also erstmal im Nachgang zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zur Freiheit des Mandates. als Bezirksverordneter aus Reinigendorf kann ich gerne berichten, dass sich die linke Fraktion in Reinigendorf auch zu erledigen hat in der Gruppe und in den Einzelverordneten und dass die ehemalige linke Fraktionärin offen mit den Grünen sympathisiert und die Grünen schon die CDU hinzugekommen sind und gesagt haben, wenn aber sie, also die ehemalige Linke bei uns jetzt einritt, dann haben wir selbstverständlich einen Anspruch da, dass wir die Zusammensetzung der Ausschüsse nochmal neu überdenken und alles andere. Also Sie haben absolut genau das gesagt, was jeder Mandatsinhaber immer sagen würde und so recht auch sagen muss. Vorher ist gesagt, warte mal jetzt bitte mal den Spagat rückwärts, die Palästinzen sind nicht alle Hamas. Kann die Aussage hier. So. Was mich an linker Bewegung in der Gesellschaft in Deutschland immer fasziniert hat und gefallen hat, war die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Nach 1945 waren die Menschen nicht alle weg, die waren in den Institutionen, die waren Juristen, Richter, Ärzte und haben dort weitergemacht, teilweise mit dem gleichen Gedankengut. Eine Aufarbeitung des deutschen Nationalsozialismus geschah nur und ausschließlich unter linker Führung. Als CDU-Ler erkenne ich das an. Das ist eine gesellschaftliche Leistung. Die Linke hat damals der Gesellschaft bewusst gemacht und gesagt, dass Strukturen dazu gehören, dass so etwas passiert, dass menschliche Gedankengängen dort irgendwo verhaftet sein müssen und dass es sehr, sehr viele Menschen geben muss, die mit gleichen Gedankengängen das Gleiche gewollt haben. Es war nicht nur der Hitler, der es getan hat. In Bayern haben sie gesagt, naja, der ganze Nationalsozialismus kam aus Berlin, wir hatten nichts damit zu tun. In Berlin haben sie gesagt, das ganze Nazitum kam aus Bayern, wir hatten damit nichts zu tun und überhaupt war es ja nur der Hitler und alle anderen waren in Ordnung. Okay, und jetzt machen wir einen großen, geistigen Spagat. Wenn sie eine Hamas in Gaza haben, nicht in ganz Palästina, dann fußt die auf eine gewisse Tolerierung, Unterstützung, Sympathie durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist maßgeblicher Träger dieser Aktionen. Die Behauptung, der Palästinenser an sich ist unschuldig, der hat ja mit dem Hamas-Kreudeltagen gar nichts zu tun, ist genauso dümmlich wie die Behauptung, der durchschnittliche Deutsche hat ja nie was mit dem Nationalsozialismus zu tun, das war ja der Hitler mit ein paar Scherken, der das zusammen gemacht hat. Den geistigen Spagat muss man machen können. Die Behauptung hat aber auch niemand aufgestellt, glaube ich. Selbstverständlich ist mir auch klar, dass die Hamas auch in der Bevölkerung Unterstützung hat. Das ist doch klar. Und ich weiß auch, ich war oft in Ländern dieser Region und mir ist dabei schon begegnet, dass es also in diesen Ländern einen stark verankerten Antisemitismus gibt. Das ist so. Und das erleben wir auch hier in der entsprechenden Community, die nach Deutschland gekommen ist, aber das ist in den Ländern selbst teilweise natürlich auch stark verankert. Ich würde auch nicht sagen, die Bevölkerung hat es mit der Hamas nichts zu tun, aber trotzdem muss man, finde ich, schon nochmal unterscheiden zwischen denen, die solche terroristischen Akte ausüben und der ganz normalen Bevölkerung. Und ich kann natürlich nicht sagen, Leute, die jetzt das Falsche im Kopf haben oder die falsche Politik unterstützen, gegen die darf man dann Bomben einsetzen. Also das geht, finde ich, geht zu weit, vor allem, weil man ja dadurch gar nicht erreichen wird, dass die Leute sich von der Hamas entfernen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Leute der Hamas eher noch stärker zulaufen werden. Das ist meine Befürchtung. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, die Hamas ist jetzt quasi eine völlig isolierte Organisation, die in der Bevölkerung gar nicht verankert ist und das kann man total trennen. Das Problem ist doch, je länger diese Situation zwischen Israel und Palästina anhält, desto stärker wird sich die Hamas mit ihrer Ideologie oder werden sich vielleicht irgendwann, wenn sie Hamas mal, wenn sie wirklich mal zerschlagen wird, vielleicht andere islamistische Gruppen auch in den Köpfen der Leute verankern. Je länger das Problem ist, das ist genau, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein Prozess. Die Hamas war am Anfang, als sie entstand, hatte sie gar keine Verankerung. Da war ja noch die PLO viel stärker, da gab es auch viele Linke, sie haben sich links verstanden, säkulare Kräfte in der palästinensischen Gesellschaft und jetzt, nach Jahrzehnten, wo das Problem eben nicht gelöst wurde, sondern er sich auch immer wieder kriegerisch entladen hat und verschärft hat, haben wir eigentlich die Situation überhaupt erst, dass diese islamistische Ideologie auf so fruchtbaren Boden fällt und deswegen gehört das natürlich ein bisschen auch zusammen. Also das Problem jetzt noch zu lösen, ist wahnsinnig schwierig, also letztlich muss es ja irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung sein, die am Ende steht und es muss auch klar sein, dass man die Hamas und andere islamistische Gruppen da zurückdrängt, aber wie gesagt, ich glaube, je länger man daran, je länger das Problem existiert und je schlimmer es wird und je mehr Kriege dort stattfinden, desto mehr wird die Hamas davon nicht nur als Organisation profitieren, sondern sie wird in die Köpfe und Herzen der Leute ja eindringen können und das ist ja sicher auch schon im großen Umfang gelungen und das wird vielleicht noch schlimmer. Gut, kommen Sie da vorne auf den Fragestuhl? Aber zu dem Thema noch? Zu dem Thema. Okay, ja. Also die Frage wäre die gewesen, kann es sein, dass die neue Eskalation in der Auskunft auch etwas damit zu tun hat, dass die Hamas unterstützt wird von der iranischen Regierung und gleichzeitig eine Zusammenarbeit da ist zwischen der iranischen Regierung und Russland und dass wir im Endeffekt hier keine normale Eskalation in der Auskunft schickt haben, sondern einfach einen Stellvertretung für einen neuen Zweifel Kaltkrieg. Ich finde, dass man diese Dimension auf jeden Fall mitdenken muss und dass man wahrscheinlich, also gerade wenn man den Konflikt entschärfen, ich rede noch nicht mal von lösen, aber wenn man entschärfen will, dann muss man genau diese Zusammenhänge natürlich auch mit auf dem Schirm haben, dann sind Sie recht. Wobei ja, also das noch schnell eingefügt, Und das ist ja möglicherweise der Grund, warum die Regierung massiv die israelische Seite unterstützt. Wir haben ja immer noch deutsche Wirtschaftsunternehmen, die mit dem Iran zusammenarbeiten, das ist ja, also da könnte man ja mal anfangen und sagen, wir arbeiten mit diesem Regime nicht mehr zusammen, aber das nur nebenbei, also da könnte man ja mal anfangen, aber gut. Das müssen Sie dann mal der Wirtschaft sagen. Ja, wird auf mich nicht hören. Gut, okay, also wenn noch jemand was zum Nahostkonflikt sagen möchte, ja, bitte noch vor. Eine gute Frage, ich glaube, es braucht ja nicht ein Mikro. Glauben Sie nicht, vielleicht nur eine offene Frage, dass vielleicht genau der Hamas nutzt diese Situation, dieser Antisemitismus in der Bevölkerung und einfach nur seine Ziele zu erreichen und dann die Frage, warum glaubt jetzt sich das schon in der Bevölkerung schon ein Antisemitismus sich gewidmet hat? Weil, ich glaube, so viele haben jetzt das Bild, dass uns, nur die Medien die letzten Jahre, uns, und meiner Meinung nach, sehr einseitig, ohne zum Beispiel mit jemandem vor Ort das erlebt habe, seit Jahren, es war wirklich so dieser Paradies, da, oder glauben Sie wirklich, dass auch, gibt es auch andere Interesse, dass vielleicht eine Rechtfertigung, um etwas zu tun, da zum Beispiel ist auch kein Geheimnis, dass bestimmte Sachen in Palästina oder heute Gewicht von Israel, also Daumen in den Auge, sind auch nur, und ich glaube nicht, dass alle so, wir überzeugt haben, das haben wir. das Mikrofon, also wenn Sie, also wenn Sie so lange fragen, dann würden Sie es gerne, dann machen Sie es, fassen Sie das, was Sie gesagt haben, doch nochmal hier mit. Ja, 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 genau, nur eine wirklich jetzt, gute Frage, Dankeschön. Glauben Sie persönlich zum Beispiel, dass diese, dass der Hamas, oder wie finden Sie das vielleicht, dass der Hamas benutzt oder nutzt vor seinen eigenen Zielen die Antisemitismus, das schon in der Bevölkerung ist, und was, glauben Sie, ist der Ursprung, diese Ursache, dieser Antisemitismus in der Bevölkerung, die nicht im Prinzip mit Hamas zu tun hat? Ja, ich glaube das auf jeden Fall, also das heißt, jetzt befürchte ich, dass die Ideologie der Hamas durch diesen Krieg und diesen wirklich, ja, diesen furchtbaren Konflikt, diese Konfrontation, eben möglicherweise verstärkt wird, und dass die Hamas natürlich für ihre Ideologie möglicherweise noch mehr Unterstützung bekommt. Warum, ja, warum gibt es schon seit Generationen einen Antisemitismus in dieser Region, das kann ich jetzt nicht so beantworten, ich habe das nur, also auch früher schon festgestellt, wenn ich, ich war zum Beispiel vor, ich sehe es schon fast 30 Jahre her, mal in Syrien, und wenn man dann gesagt hat, man ist aus Deutschland, dann sind die Leute halt schnell sehr begeistert, und das, ja, natürlich gibt es diesen Konflikt schon sehr lange, aber man muss ja auch dazu sagen, es gab ja auch unter den Führern der Arabischen, also der Araber, die in der Region gelebt haben, es gab ja die Kooperation auch mit den Nazis, schon während des Zweiten Weltkriegs, da gab es ja noch gar kein Staat Israel, und das hat natürlich, ich kann das nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich stelle fest, dass es jetzt kein neues Problem ist, aber vielleicht ein Problem, das sich verschärft, durch die, durch das Vordringen dieser islamistischen Ideologie, also früher, wie gesagt, waren ja Palästinenser, und überhaupt eigentlich die dominierenden politischen Kräfte in der Region waren ja eher laizistisch, und gar nicht so an Religion orientiert, und jetzt ist eben, hat sich ja eben diese islamistische Ideologie sehr stark durchgesetzt, und dadurch, denke ich, hat sich dieses Problem auch nochmal verschärft, aber wo es jetzt ursprünglich herkommt, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Religionswissenschaftler, wäre vielleicht mal eine interessante Frage. Gut, das können wir heute auch nicht lösen, aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass das Problem eben nicht erst entstanden ist, wie der Staat Israel gegründet wurde, sondern eben schon davor bestand, dass wir das einfach nochmal geklärt haben. Okay. So Leute, da sind wir wieder, wir haben heute zu Gast Dr. Alexander King, Mitglied des Abgeordnetenhauses, und Unterstützer des Bündnisses, Sarah Wagenknecht, wir kommen in die letzte halbe Stunde, wir haben schon angekündigt, Sozialpolitik, aber wir haben jetzt doch nochmal kurz, wir sagen zum Schluss noch was zur Sozialpolitik, wir haben nochmal umgezwitscht, weil es gibt ein noch brennenderes Thema, und das brennt mir auch mehr unter den Nägeln, das ist dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das heißt also, in Zukunft darf jeder zum Standesamt gehen und sagen, ich bin Mann, Frau, was auch immer, divers, und das hört sich erstmal harmlos an, das bedeutet aber auch, dass in Frauenumkleidekabinen ab nächstem Jahr Männer duschen dürfen und die sich als Frau wahrnehmen oder fühlen, wie immer sich das anfühlt, und ich als Frau also zu dulden habe, dass diese Männer neben mir in der Umkleidekabine im Schwimmbad stehen, und wenn ich das moniere oder die auffordere zu gehen, dann mache ich mich strafbar. So, also das ist für mich ein Gesetz aus dem Irrenhaus und da würde ich gerne wissen, wie ihr das in der neuen Partei oder in dem neuen Bündnis handhaben wollt. Ja, also ein Gesetz aus dem Irrenhaus hast du gesagt, ich muss zugeben, dass mir irgendwie da das auch nicht so ganz einleuchtet, also wie jetzt eine Bundesregierung, die ja von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt ist, also von der man jetzt doch irgendwie ein Mindestmaß an ja irgendwie Seriosität erwarten müsste, auf, also darauf kommt, ein Gesetz jetzt wirklich auf Biegen und Brechen, muss man ja sagen, durchzusetzen, was glaube ich so dem, also was ich so höre, auch dem Empfinden der meisten Leute wirklich total widerspricht. Und was ja zwar jetzt diese ganze Sache mit den Hormonblockern und so weiter, das ist ja nicht drin in dem Selbstbestimmungsgesetz, aber die Vorstellung quasi, dass Menschen eigentlich gar nicht mit einem bestimmten Geschlecht geboren sind, sondern sich das irgendwie später zu jeder Zeit irgendwie nochmal zurechtzimmern können, ob sie jetzt Frau oder Mann oder irgendwas anderes sind, also quasi das Aufheben dessen, was man so bisher dachte, über Biologie zu wissen, das ist schon, das finde ich schon wirklich sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Und ich bin da vielleicht nicht so stark drin wie du, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass, also die Leute, die jetzt die BSW-Unterstützer, mit denen ich mich darüber bisher unterhalten habe, sehen das alle kritisch. Jetzt ist es ja so, dass das Selbstbestimmungsgesetz, ich glaube, in dieser Woche im Bundestag eingebracht wurde, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das heißt, es wird jetzt erstmal in die Ausschüsse gehen und dann irgendwann in ein paar Wochen ja also auch im Bundestag zur Abstimmung stehen und es ist ja, es entspricht ja so im großen Ganzen auch einem Gesetzentwurf, den es schon in der letzten Legislaturperiode gegeben hat, damals von Grünen und FDP eingereicht, da war das so, dass die, also damals gab es noch die Linke, die eine Linke und da war aber das Abstimmungsverhalten auch schon unterschiedlich, also damals hatten zum Beispiel Sarah Wagenknecht, Servim Dadelen, Klaus Ernst und ich glaube Alexander Ulrich, also vier Leute, die auch heute beim BSW dabei sind, haben ja schon damals gegen die Votenempfehlung der Linken trotzdem dagegen gestimmt und ehrlich gesagt, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, welch Bundestagsabgeordneter gewesen wäre, weil es doch, ja, also ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht erklären, wie man überhaupt auf so eine Gesetzesvorlage kommen kann, vielleicht hat da jemand im Publikum eine Meinung dazu, das würde mich wirklich mal interessieren. Es ist vor allem, es ist natürlich auch frauenfeindlich, weil es Frauen in jeder Hinsicht benachteiligt, also Frauen haben in Zukunft ihre Räume, sei es Umkleidekabinen, sei es, ich weiß nicht was, herzugeben für Männer, die sich als Frau fühlen, wie gesagt, wie immer sich das anfühlt und ich darf als Frau also nicht hergehen und mich dann beschweren, also ich darf nicht den Bademeister holen und sagen, guck mal hier, da steht ein Mann neben mir in der Umkleidekabine, in der Dusche, das möchte ich nicht, ich mache mich dann strafbar und das ist also ein völliger Irrsinn. Ja, es ist halt auch interessant, dass, also im Grunde werden ja die Leute ein bisschen darauf dressiert, eigentlich alles, was sie, also was sie bisher über sich selbst und ihre Mitmenschen zu wissen glaubten, radikal in Frage zu stellen. Also man, es gibt ja jetzt schon diese Ausweise von der, es gibt so eine Organisation, heißt die DGTI oder so ähnlich, also die Ausweise erstellt auch mit, also wo, also quasi Zusatzausweise, wo man eben nachweisen kann, dass man jetzt zwar eben Personalausweis stehen hat, Mann, aber man ist eigentlich doch in Wirklichkeit eine Frau und damit kann man auch heute schon in eine Frauensauna gehen, selbst wenn man mit Bart und mit harter Brust und sonst wieder herkommt und das ist, ja, finde ich auch sehr schwierig und ich weiß auch, dass, also ich bin davon ja jetzt ja nicht betroffen, aber Frauen, Schutzräume, die es gibt, dadurch natürlich auch in Frage gestellt werden und da ist dann halt die Frage, ja, wie regelt man das dann überhaupt in Zukunft? Also das soll ja angeblich, ich hatte mich da mal, also es gibt ja mehrere Frauenorganisationen, die sich da im Moment darum kümmern und die auch an die Regierung schreiben, wie das denn geregelt werden soll, da kommen dann natürlich Solari-Fari-Briefe zurück, es wird, es werden keine Frauenräume okkupiert oder zum Beispiel, es geht ja um Frauenhäuser, also es gibt ja mittlerweile auch Männer, die glauben, sie müssen in ein Frauenhaus, Frauenhäuser, das weiß wahrscheinlich jeder, sind Häuser für Frauen, die zu Hause Gewalt erfahren, die da Schutz suchen und da gibt es mittlerweile auch Männer, die glauben, sie müssen da rein, weil sie sich als Frau fühlen und da schreibt die Bundesregierung, wenn man diesbezügliche Anfragen stellt, das soll eben unterbunden werden, aber wie willst du es unterbinden, wenn du, also wie willst du es unterbinden nachher, wenn es einmal auf dem Tisch ist, das Gesetz, also du kriegst, um das mal kurz zu machen, du kriegst keine vernünftige, keine vernünftige Antwort aus der Bundesregierung, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, die haben sich da auch verhoben und wissen selber nicht, wie sie es regeln sollen. Dafür sind sie aber sehr forsch in ihrer Vorgehensweise. Ich will noch einen Aspekt in diesem Gesetz hervorheben, der zeigt, dass die ganze Sache wirklich schräg ist, weil nämlich diese Regelung, dass man irgendwie aufs Bürgeramt gehen kann und sein Geschlecht ändern, die gilt ja in einem Fall nicht, nämlich im Verteidigungsfall. Also wenn der Mann gebraucht wird als Soldat, dann ist es nicht möglich zu sagen, nee, ich bin aber eine Frau. Und das finde ich, ist schon sehr vielsagend eigentlich und interessant. Also das heißt, wir haben da vor der Sendung schon drüber gesprochen, ich bin übrigens derselben Meinung, dass es darum geht, die Leute sich selbst zu entfremden und aber wie gesagt, wenn der Verteidigungsfall auftritt, dann ist nichts mit Selbstentfremden und dann haben die Männer irgendwie ihr Gewehr zu schultern. Das, ja, okay, gut. Hat da jemand aus dem Publikum was sozusagen zu diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz? Nicht. Gut, dann gehen wir jetzt doch noch zur Sozialpolitik und da würde ich gerne wissen, ich wollte das jetzt nicht als kleines Thema oder kleinreden, das ist ja ein riesiger, ein riesiger Komplex, aber ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, was ist da geplant, weil so viel ich weiß, ist Sarah Wagenknecht sowohl gegen das bedingungslose Grundeinkommen als auch gegen das Bürgergeld, wie es im Moment, wie es in der jetzigen Form besteht und ist da schon irgendwie eine dritte Möglichkeit angedacht? Ja, also das stimmt, Sarah Wagenknecht und auch ich, anders als du, bin gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Also das Konzept hatte mich jetzt, ehrlich gesagt, noch nie so überzeugt. Wir haben natürlich noch keine, wir haben ja noch, also es gibt ja noch gar keine Partei und es gibt natürlich erst recht noch kein Parteiprogramm, wo man jetzt irgendwie zu allen Fragen in Detail irgendwie festgelegt hat, wie man das lösen will. Ich will nur erinnern, die Linke, die sich 2007 gegründet hat, hat ihr Parteiprogramm 2011 verabschiedet, also vier Jahre später. Insofern würde ich darum bitten, uns da auch ein bisschen Zeit zu lassen. Ich denke aber, wenn ich mir die Akteure anschaue, die wir heute jetzt bei BSW sind, dass das bedingungslose Grundeinkommen wahrscheinlich nicht Teil unserer Programmatik sein wird. Was ich eher vermute, ist, dass wir also ein Rentenkonzept haben werden, um mal mit einer wichtigen sozialen Frage anzufangen, das sich an Österreich orientiert, also eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, nicht nur die... Auch Beamte und... Auch Beamte, auch Politiker, auch Selbstständige und eben sowieso natürlich die Erwerbtätigen. Eine Rentenversicherung für alle und auch wirklich nur eine Rentenversicherung und nicht 1.000 Kassen und auch nicht jetzt Riester-Rente und so weiter. Gut, ich meine, davon redet heute so, ist so niemand mehr freiwillig. Das ist also diese Teilprivatisierung der Rente, die hat sich wirklich als sehr großer Flop herausgestellt und wir sehen ja, dass in Österreich ohne private Zusatzrenten und ohne diese ganze Konkurrenz unterschiedlicher Kassen mit der einen Bürgerversicherung für alle die Renten, das Rentenniveau wesentlich höher ist, also wirklich enorm viel höher ist als in Deutschland. In Deutschland ist ja die Durchschnittsrente, glaube ich, im Moment liegt irgendwie bei 1.100 Euro oder so. 1.100, 1.200 Euro. In Österreich liegt es eben und ich glaube 45 Prozent ist das gegenwärtige Rentenniveau. In Österreich ist es viel höher. Übrigens in den meisten europäischen Ländern ist es viel höher. wir sind ziemlich weit am Ende. Wir sind da am unteren Ende. Und diese Rentenreform von SPD und Grüne damals, die hat wirklich, also ja, die hat die Renten am Grunde enteignet, zu großen Teilen zum einzigen Diebstahl und ein Umschaufeln eigentlich von Rentenansprüchen in die Kassen von den großen privaten Versicherungen, die dann eben über Riester und so da mit ins Spiel gekommen sind. Das alles wollen wir natürlich nicht mehr. Wir wollen auch keine Rente an der Börse. Das ist ja jetzt auch gerade die aktuelle Diskussion, sondern eine Rente für eine öffentliche, von allen getragene Rente, von allen, für alle. Das ist mal das eine. Dann zur Arbeitslosenversicherung. Also früher, will ich erinnern, ich bin ja auch schon ein alter weißer Mann, gab es in Deutschland eine Arbeitslosenversicherung, die besitzstandswahrend angelegt war. Also wo eben auch schon eine Rolle gespielt hat, wie lange hat man eingezahlt, was war das letzte Gehaltsniveau, das man erreicht hat und daraus haben sich dann die Ansprüche abgeleitet. So ist es jetzt beim ALG I immer noch, aber dann ALG II, jetzt Bürgergeld, das ist ja quasi ein, ja, da wird man dann quasi vom Anspruchsberechtigten zum Bittsteller mit einem Mal und muss natürlich, es gibt ja auch nach wie vor dann die entsprechenden Sanktionen und so weiter, also man ist dann, ja, man ist dann, wird dann zum Bittsteller und wir wollen eigentlich, dass die Arbeitslosenversicherung wieder so geregelt wird, dass auch eine Rolle spielt, wie lange man eingezahlt hat und welches Gehaltsniveau man hatte, damit man auch jetzt nicht von dem Niveau, das man erreicht hat, allzu tief wieder abstürzt. Und was jetzt die, also, ja, Angebote betrifft, also unter Hartz, unter dem Hartz-IV-Regime war das ja sehr stark so, also du musst es quasi nehmen, was kommt, egal ob es deiner Qualifikation entspricht oder nicht und egal ob du damit jetzt dich ökonomisch total verschlechterst oder nicht und wenn du das nicht wolltest, hast du halt Abzüge gekriegt. So das ist jetzt beim Bürgergeld ein bisschen anders, also da spielt ja die Weiterbildung auch eine stärkere Rolle, aber trotzdem, das Prinzip ist immer noch ähnlich und das wollen wir aufheben. Wir sind schon der Meinung, also ich zumindest bin der Meinung, dass wenn man ein Angebot bekommt, das der eigenen Qualifikation entspricht und das auch nach Tarif bezahlt wird, dann finde ich, sollte es schon, sollte man das Angebot auch annehmen. Dafür bin ich schon. Dann finde ich, ist es schwer zu begründen, warum jemand dann sagt, nee, ich lebe aber leider lieber weiter auf Kosten derjenigen, die arbeiten und in die Kasse einzahlen oder dann der Steuerzahler. Also das finde ich, ich bin jetzt nicht unbedingt auch für so eine Sanktionspolitik, aber ich finde schon, das Wichtige ist doch, dass die Qualifikationen, die jemand erworben hat, auch durch die Gesellschaft die Möglichkeit bekommen hat, diese Qualifikationen zu erwerben, dass die nicht verloren gehen. Das ist ja auch eine volkswirtschaftliche Frage, finde ich, dass man Qualifikationen nicht einfach das Klo runterspült quasi. Also das finde ich wichtig, daran sich zu orientieren und natürlich auch Weiterbildung zu ermöglichen, weil es gibt natürlich auch Leute, die qualifiziert sind in einem Bereich, der nicht mehr nachgefragt ist, den es nicht mehr gibt, dann muss man eben entsprechend auch Qualifizierungsangebote machen. Das wäre, was ich zur Arbeitslosigkeit, also es sind jetzt so ein paar grobe Punkte und das sind jetzt auch eher meine Überlegungen, die sind jetzt nirgendwo programmatisch niedergelegt, aber ich denke, in so eine Richtung sollte es gehen, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob dir das reicht. Ja, da will ich nochmal eben reingrätschen, also weil du gerade gesagt hast, dass man eine Arbeit annehmen sollte, die in der eigenen Qualifikation ist, ich glaube, da ist auch so ziemlich jeder bereit zu. Das Problem bei Hartz IV war ja, dass die Leute deshalb sich öfter verweigert haben, weil ihnen eben Arbeiten angeboten wurden, die eben völlig außerhalb ihrer Qualifikation lagen oder einfach nicht zumutbar waren, sei es von den Bedingungen, sei es vom Lohn und es wurde aber immer so kommuniziert, dass das die Faulpelze sind. Also ich gehe mal davon aus, wenn jemand einen Beruf gelernt hat, dann hat er eigentlich keinen Grund, den nicht mehr ausüben zu wollen. Also, aber ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig. Ja, ja, also davon würde ich auch mal ausgehen. Also man sollte immer davon ausgehen, dass Menschen natürlich arbeiten wollen, denn Arbeit ist ja im Grunde der, also über Arbeit bildet sich eine Gesellschaft überhaupt erst. Also über das gemeinsame Schaffen von Werten und von daher werden ich, also ja, die Alternative ist ja, dass man sich von der Gesellschaft isoliert und ich glaube, das will ja niemand. Und was ich auch immer sage, also die drei, vier Leute, die überhaupt nichts tun wollen für die Gesellschaft, ich glaube, die kann jede gesunde Gesellschaft mittragen. Also wenn es ein paar Leute gibt, die sagen, ich mache gar nichts, ich will gar nichts und so, okay, die sollen mal mitschleppen, aber das ist wahrscheinlich wirklich eine absolute Minderheit. Und die kriegst du auch, die kriegst du auch mit Sanktionen nicht in den Job. Die kriegst du mit nichts in den Job und deshalb kann man sie auch mitschleppen, finde ich. Ja, vor allem, wenn man leistungslose Einkommen, gibt es ja auf andere Ebenen noch viel höhere. Und da muss man natürlich viel eher ran. Also was ja in Deutschland, finde ich, schlecht geregelt ist, ist, dass man also doch ja relativ viel Steuern bezahlt, wenn man berufstätig ist, auch wenn man zum Beispiel selbstständig ist, wenn man ein kleines Unternehmen hat, dann wird man mit der Einkommenssteuer veranschlagt, bis hin zu 45 Prozent. Wenn man aber sein Vermögen für sich arbeiten lässt, also leistungslose Kapitaleinkommen hat, dann muss man nur 25 Prozent Steuern zahlen. Das ist zum Beispiel auch eine Schieflage. Also das heißt, es geht natürlich auch darum, also es geht jetzt nicht darum, den Leuten noch tiefer in die Tasche zu greifen, wenn wir jetzt über Steuern reden, überhaupt nicht. Ich finde im Gegenteil, ich finde in Deutschland setzt der Spitzensteuersatz viel zu früh ein. Also jeder, der irgendwie facharbeitet, ein einigermaßen anständiges Einkommen hat, zahlt schon den Spitzensteuersatz. Das ist ja verrückt. Und auf der anderen Seite gibt es aber keine Besteuerung eben von Vermögen beziehungsweise eben nur 25 Prozent Besteuerung von Kapitaleinkommen, für die man ja im Grunde gar nichts weiter machen muss, außer sein Geld klug anzulegen. Also da gibt es, und ich meine, das ist natürlich auch die Voraussetzung für alles andere, dass wir Steuergerechtigkeit schaffen, weil wir dadurch erstens auch der Wirtschaft was Gutes tun können und auch wenn wir von einem starken Sozialstaat sprechen, brauchen wir natürlich auch Umverteilung und Geld in der Hand, in der öffentlichen Hand. Genau. Gut, aber ich glaube an dem Punkt, also wie gesagt, ich bin ja eine Verfechterin des Grundeinkommens, aber was das angeht, sind wir uns einig, weil ich auch der Meinung bin, dass selbst wenn wir ein Grundeinkommen haben, dass die meisten Leute auch weiterarbeiten würden in ihrem Job, aber das kann man anderem mal besprechen. Dazu wacht ihr ja auch öfter mal, also ich meine, das ist ja namensgebend für dieses Sendeformat, also gehe ich davon aus, dass ihr euch damit auch sehr viel beschäftigt hier. Gut. Okay, gut. Hat noch jemand zum Thema Sozialpolitik eine Frage an Alexander, sonst sind wir nämlich am Ende. Ja, bitte, auf den Fragestuhl. Also beide. Klaus, können wir zwei Minuten überziehen? Können wir, okay. Okay, okay. Dann können wir die beiden Fragen noch entspannt durchgehen. Ich habe eine Forderung. Eine Forderung auch, okay. Machen Sie erst mal, Herr Römer. Ja, gerne mal. Kleine inhaltliche Korrektur, also der Durchschnitt der deutschen Rente liegt bei 1.400 Euro. In Österreich ist es noch unwesentlich höher. Dann auch bitte noch den Hinweis darauf, dass Einkünfte aus Vermögen mit einer Kapitalertragssteuer von 25 Prozent versteuert werden, die dann aber in der persönlichen Einkommensteuererklärung mit dem individuellen Steuersatz versteuert werden und lediglich der bereits bezahlte Teil von 25 Prozent angerechnet wird. Also, so ein paar Fakten muss man da gerade biegen. Und dann bitte vielleicht auch noch mal verarbeiten, Einkünfte aus Vermögen stammen immer von erwirtschafteten Vermögen, das bereits versteuert worden ist. Also, es ist nicht so, dass ich leistungslos was beziehe. Also, entweder war ich leistungsfähig früher oder mein Vater war früher leistungsfähig und auch da würde ich dann sagen, wenn mein Vater früher leistungsfähig war, auch meine Mutter, ich bin ja da absolut gendergerecht, dann würde ich ein ganz großes Problem darin sehen, wenn der Staat behauptet, ich kann mit dem Vermögen von deinem Vater viel besser arbeiten, als du, dummer, kleiner Nachkomme. Also, bitte nicht so sehr in die Persönlichkeit, in die persönliche Freiheit und auch in die individuelle Lebensplanung von einzelnen Menschen eingreifen, dass man sagt, wir nehmen dort, wo was zu holen ist und dann ist die Kuh geschlachtet und um den Rest kümmern wir uns später. Alexander, kannst du dich gerne noch schnell zu äußern. Kommen Sie auch noch mal hier vorne hin, wenn Sie noch eine Frage haben. Ja, würdest du nicht... Ach so, ja, also was die Rentenniveaus in den... also die Rentenniveaus in den unterschiedlichen europäischen Ländern angeht, kann sein, dass Sie recht haben, müsste man vielleicht noch mal überprüfen. Ansonsten von dummen, kleinen Nachkommen oder so, würde ich jetzt auch nicht sprechen. Wo Sie recht haben, ist das natürlich, ein Vermögen quasi komplett zu entziehen. Also einmal die Kuh zu schlachten und dann zu sagen, jetzt haben wir erst mal genug Geld. Das geht natürlich nicht, das ist schon klar. Aber ich finde, eine moderate Vermögensteuer, die relativ, also die jetzt auch nicht bei einer Million ansetzt, sobald jemand irgendwie ein kleines Häuschen kauft in der Umgebung von Stuttgart oder München, ist das ja schon in dieser Preisklasse. Aber es gibt schon Vermögen, finde ich, die man auch besteuern kann, ohne dass man sie in der Substanz, deswegen, also die Kuh schlachtet, wie Sie sagen. Das Vermögen wächst ja auch nach. So ist es ja nicht. Also ich finde, das wäre schon das Mindeste, was man tun könnte, um ein bisschen mehr Steuergerechtigkeit herzustellen. Ja, ich habe auch eine Frage, weil ich habe etwas sehr Interessantes gehört, deswegen meine Frage. Ich bin einverstanden, dass es gibt viele Menschen, die dieses System ausnutzen, außer mit Hilfengeld. Aber wäre vielleicht, statt nur Sanktionen oder mehr Schwerpunktsanktionen, vielleicht der Arbeitsmarkt selbst attraktiver zu machen. bessere Arbeitsbedingungen. Na klar. Ich bin ja überhaupt nicht für Sanktionen, habe ich auch nicht gesagt. Natürlich haben wir ein Problem in Deutschland mit einer, oder wenn ich mich gerade Berlin anschaue, es gibt natürlich so etwas wie eine Abwärtsspirale, also zwischen wirklich niedrigen Löhnen und dann eben auch niedriger Kaufkraft und wirtschaftlichen Problemen, die daraus resultieren. Insofern ist die Frage, also wie hoch ist eigentlich die Lohnquote, ist schon mit entscheidend. Da haben Sie total recht. Deswegen würde ich auch jederzeit, bin ich für hohe Lohnabschlüsse und auch für eine Erhöhung des Mindestlohns. Denn wenn wir zum Beispiel anschauen, ich habe jetzt erst vor zwei Tagen gelesen, unter 400 Städten und Landkreisen in Deutschland ist Berlin auf Platz 376 im Hinblick auf die Kaufkraft seiner Bürger. Das ist natürlich, klar, das ist dann, muss man die Relationen sehen, aber klar ist, die Leute haben wenig Geld und die Kaufkraft nimmt auch ab. Das hat was mit den hohen Mieten zu tun, das hat was mit den hohen Energiepreisen zu tun, das hat was mit den hohen Lebensmittelkosten zu tun und das hat aber auch was mit einem Lohnniveau zu tun, das dahinter herhängt. Zurzeit haben wir hohe Lohnabschlüsse, das stimmt, also bei Verdi und jetzt auch bei der Bahn und so, aber das ist auch notwendig. Denn letztlich kann eine Wirtschaft nur gut funktionieren, wenn auch die Kaufkraft da ist und die Leute das, was sie produzieren und auf den Markt bringen, dann auch selber irgendwie erwerben können, sonst funktioniert es nicht. Und wenn ich mir die aktuelle Umfrage anschaue, der Berliner Unternehmensverbände, die ist ja auch interessant, die ist erschütternd, muss man sagen, im Hinblick auf die wirtschaftliche Perspektive fürs nächste Jahr, Berlin war ja bisher stolz darauf, dass es besser durch Corona und die Energiepreiskrise gekommen ist als andere Bundesländer, aber das scheint jetzt auch zu kippen. Und da, gut, da könnte man jetzt noch lange, lange diskutieren, was wirtschaftspolitisch da auch verändert werden müsste, um das in Gang, um da bessere Perspektiven zu haben. Aber ich finde auch diese Frage von Kaufkraft und damit hängen ja die Löhne zusammen, die ist da auch mit ganz entscheidend. Okay, gut. Ich habe noch eine ganz letzte Frage. Eine letzte Frage noch, kriegen wir noch hin. Wie steht dein Verein oder zukünftige Partei dazu, eventuell darüber nachzudenken, die Renten nicht mehr zu versteuern? Also, ich bin ja bei Trenden und ich muss ja von meiner Rente muss ich ja muss ich ja versteuern, obwohl ich ja eigentlich Beiträge schon gezahlt habe. also da würde ich jetzt gerne mal nachhaken, weil ich fürchte mich ehrlich danach, davor als Rentner im hohen Alter noch eine Einkommenssteuer zu machen. Ja, da kann ich jetzt allerdings wirklich nur meine persönliche Meinung dazu sagen, weil das, wie gesagt, wir haben noch keine Partei und natürlich erst recht noch kein Programm und über solche Fragen im Detail haben wir jetzt so auch nicht gesprochen. Also, ich persönlich stimme dir zu. Ich sage jetzt auch du. stimme dir zu. Ich habe, dass sich die Versteuerung von Renten, als es eingeführt wurde, habe ich das auch skeptisch gesehen. Aber man müsste sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, das muss ich auch zugeben. Also, so aus dem Ärmel kann ich ja jetzt keine Position für BSW, äh, doch BSW irgendwie so rausschüttern, das geht nicht. Da ist noch eine Menge. Ganz kurz. Ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz, bevor Herr Otti sitzt, unser Kameramann fordert eine Arbeitsflücht für Reiche, hat er mir gerade gesagt. Also gut, das nehmen wir noch mit auf. Ja, ganz kurz. Also, selbstverständlich bin ich für die Versteuerung von Renten, auch wenn ich bald Rentner werden sollte. Wer leistungslos angeblich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung bezieht, im hohen Alter, weil er sich im Laufe seines Lebens Vermietungsobjekte angespart hat, der soll selbstverständlich auf die daraus gewonnenen Einkünfte Steuern bezahlen. Also, so viel Steuergerechtigkeit muss sein, dass wenn ich Aktientepots besitze als Rentner, weil ich früher gearbeitet und gespart habe, daraus Einkünfte bezieht, dann unterliegen die der Steuer. Und noch eine kleine faktische Korrektur bitte, das ist auch notwendig, versteuert werden nur die nicht vorher bezogenen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, Arbeitnehmerbeiträge werden nicht versteuert. Also, es gibt für mich kein Problem, hohe Einkunftsbezieher über 65 oder 67 dem ganz normalen bundesdeutschen Steuertarif der Grundtabelle oder der Erstbedingstabelle zu unterwerfen. Okay. Haben wir noch zur Kenntnis genommen, Leute? Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Wir haben, wir haben im Dezember, haben wir hier Wolfgang Thierse sitzen. Da könnt ihr auch wieder kommen und Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Und das ist in vier Wochen. Und ich danke Alexander King sehr, dass er heute gekommen ist und eure Fragen beantwortet hat. Und ihr könnt den Film ab Dienstag, könnt ihr euch den anschauen. Und ich würde sagen, bis Dezember, Leute, bleibt alle gesund. Ein Applaus. Sehr schön. Sehr schön. Super. 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 Super.